nach einem durchzechten Wochenende ja, nicht kleckern, klotzen. Wir haben Conspiracy gemacht und der Moritz hat auch sehr viel Conspiracy gemacht. Vor allem sehr spät. Alles andere wäre mir ja egal. Ja, stimmt. Du bist immer so zeitig im Bett, ne? Um 10 Uhr ist einfach mein Biorhythmus zu Ende und mach dann Feierabend. Dann sitze ich nur noch im besten Falle. Naja, gut, dass du hier nichts anderes tun musst, außer sitzen. Besonderlich viele Hintzellen sind nicht erforderlich für das, was sie hier tun. Was? Was? Auch wenn man das immer nicht glauben mag. Ich hab mich wirklich vorbereitet. Ich weiß das enorm zu schätzen. Also ich meine, ich bereite mich ja auch immer akribisch vor. Tatsächlich hab ich's aufgrund dieses Wochenendes tatsächlich nicht geschafft, mich so akribisch wie sonst vorzubereiten. Aber der Moritz ist wirklich, wirklich fleißig hier hinter den Kulissen. Das muss ich mal ganz ehrlich einräumen. Der kommt dann immer und schickt mir Listen mit Dingen. Und ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist der krass drauf. Ja, und deswegen sitzen wir heute hier und chillen mit euch ein bisschen nach der Conspiracy. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir wenn wir etwas etwas, ich weiß nicht, wie nennt man das, angedätscht sind. Wir sind so zweite Ware Obst diese Woche. Also zumindest mein Gehirn. Definitiv. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht bist du, ich bin ja generell auch montags kann man mich eigentlich immer an der Pfeife rauchen. Ich schlafe ja normalerweise lang genug, als dass ich an jedem Tag sonst fit bin, aber ja, nach dem Samstag vor allem und dem Sonntag. Ja. Aber ich habe heute meinen Job erledigt und sitze jetzt hier und erledige das auch noch. Es läuft, es läuft. Es ist ja, es geht ja auch stramm auf Weihnachten zu, das heißt, du hast wahrscheinlich bald Ferien dann. Ich meine, das ist krass. Also ich erinnere mich aus meinen Schulferien noch, dass die irgendwie so, weiß ich nicht, um den 17. 18. Dezember immer begannen und dann im Idealfall bis zum 10. Januar oder zumindest so bis zum 6. oder so halt gingen. Und jetzt fangen die halt immer wirklich an dem Freitag vor Heiligabend an oder gehen halt noch kürzer davor. Das ist sehr unerfreulich. Letztes Jahr mussten wir irgendwie am 2. Januar schon wieder und dieses Jahr, glaube ich, ist die erste Woche. Aber ich weiß immer meine Ferien gar nicht so genau. Ich bin gar nicht so ein professioneller Lehrer. Ich wundere mich dann immer selber, wie lang oder kurz die gerade sind. Ich wurde gerade gesagt, du bist ein bisschen leiser noch als ich. Ich habe jetzt versucht, mich leiser zu machen und dich lauter. Sag nochmal, Wacht. Ich kann mal was sagen. Ich kann aber auch fürchterlich brüllen, wenn ihr möchtet, dann geht das. Das möchten wir alle nicht. Tun jetzt wunderbar. Okay, prima. Ich glaube, wir haben es uns auch angestellt. An, an, angestellt. Ach ja. Reden, reden. Gut, dass wir heute nicht so wirklich viel reden. Wir können uns ja irgendwie so mit Zeichen verschwendigen. Moritz, gut, Evi, etwas leise. Oh nein. Okay, Evi, Evi jetzt ein bisschen lauter. Moritz jetzt angenehm. Ja, tatsächlich. Du kannst dich wieder wie vorher machen, habe ich gehört und gelesen. Ja, okay. Ich habe mich jetzt wieder wie vorher gemacht. Ich brauche, wissen wir, was brauche ich? Aber das hört man davon. Ich brauche eine Tonfee. Ich brauche irgendjemanden, der hier sitzt, sich den Stream anhört und mir exakt sagt, wie laut wir sind. Prima, perfekt. Okay. Wenn du 50 ToningenieurInnen im Chat sitzen hast, ist es schwierig. Ja. Das Ding ist, also ich muss mir irgendwann mal so professionelles Audio-Equipment zulegen oder sowas, mit dem ich das dann irgendwie auf Knopfdruck überprüfen kann oder so. Das wäre echt geil. Aber momentan sitze ich hier vor zwei Audio-Reglern in UBS und die sind nicht so wirklich aussagekräftig. Aber gut. Schön, dass wir das geschafft haben. Uns nur angucken ist auch okay. Ich wundere mich sowieso, dass Leute das machen. Also ich könnte total verstehen, wenn sich Leute unsere Talks anhören. Aber ich frage mich immer, was ist der Mehrwert hier so? Also Moritz, ganz klar. Wir sind beide ein unglaublicher Mehrwert. Also bitte. Ich denke, wer hätte mal, wer guckt tatsächlich? Also ich meine, ich weiß, ich habe so übelst Gesichtskino. Das ist mir bewusst. Ja, das ist, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es geht vielen Leuten um den Chat, um direkt dabei zu sein. Vielleicht haben die einfach so die linke Seite irgendwie abgeklebt, wo die Bilder sind. Ich weiß es nicht. Das geht ja auch. Ja, stimmt. Ich glaube, live dabei zu sein ist sowieso das Beste. Also danke an alle, die hier sind, um live dabei zu sein und vor allem auch, um ihren Senf dazuzugeben. Ihr kennt das ja schon, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, der Chat wird hier mitgeschnitten. Das heißt, benehmt euch gut. Bitte. Und stellt Fragen, werft eigene Erfahrungen ein. Es geht heute um Ich sag das nicht, du musst. Gute Reisen, schlechte Reisen. Das war übrigens nicht meine Idee. Ich habe schon irgendwo geschrieben, dass ich bald dann, wenn ich jetzt immer so grumpy zu DSA-Reise-Abenteuern bin, dass ich dann nicht mehr die Steffi Graf des Rollenspiels, sondern eine Joe Gerner des Rollenspiels bin. Aber das ist auch okay. Da komme ich auch mit klar. Oh nein. Das ist ja tatsächlich der Schauspieler, der den spielt. Ich habe seinen Namen vergessen. Der Wolfgang Barrow. Danke. Das ist ein super sympathischer Typ. Sehr netter Mensch. Das ist so ein unglaublich netter Mensch. Ein guter Hörbuchsprecher noch dazu. Ja, das ist so, keine Ahnung. Die meisten Leute denken, was? Der spielt doch diesen Arsch im Fernsehen. Ja, das ist ein unglaublich netter Mensch. Sehr Star Trek begeistert auch. Ich kann tatsächlich an der Stelle passend minimal Werbung machen. Seit zwei Tagen gibt es den Couchfesseln-Podcast. Wo fünf Leute inklusive mir über Hörspiele reden. Vor allem dieses ganze Maritim-Kosmos, was es da im Moment gibt um Sherlock Holmes und Phileas Fogg und sonst was. Und Irene Adler. Und meine Serie, um die ich mich kümmere, ist die Serie Oscar Wilde und Mycroft Holmes, die auch echt cool und abgefahren ist. Und direkt in der ersten Folge, die wir gerade neulich besprochen und aufgenommen haben, spielt Wolfgang Barrow den Diener des Endgegners ganz weit vorne. Also, ähm, ich, ich komme auch mit Joe Gerner des Rollenspiels klar. Oder? Das ist okay. Du sammelst Titel. Ja. Solange ich sie mir dann selber aussuchen kann, äh, passt das. Ja, ja, ja. Bin schwer dafür. Also, die Steffi Graf und der Joe Gerner des deutschen Rollenspiels. Allein, allein das, äh, ja, Chapeau. Da habe ich alles abgedeckt, praktisch. Sport, Nettigkeit, Fiesigkeit, äh, Oh Gott, Jasmin, klingt mich hier. Sie sagt, ich bin die Olli P. des Rollenspiels. War sehr bekannt. Dann zurück ins Privatleben. Aber ich kann noch jeden Baumarkt eröffnen. Meine Fresse. Nein, ich bin, ich bin, ich glaube nicht, dass du Olli P. ist. Jasmin, ich glaube nicht. Fantastisch. Ja, äh, gute Reisen, schlechte Reisen oder, wie ich geschrieben habe, entgegne Reiseabenteuer. Das hat den Hintergrund, dass Reiseabenteuer tatsächlich mein Endgegner sind. Ich hasse Reiseabenteuer. Zumindest die meisten, die ich bisher gespielt habe, fand ich furchtbar, langweilig, doof uninspiriert und ich wollte einfach unglaublich gerne einfach endlich da ankommen, wo die Action steigt. Ja, ähm, also es gibt Ausnahmen, einige wenige. Aber meistens habe ich solche Sachen auch nicht so gerne geleitet oder dann gesagt, ja, ihr seid dann halt da und da komme ich her. Aber du weißt schon, dass nicht nur in der Pädagogik auch der Weg das Ziel ist, ne? Also bitte. Das ist mir schon klar. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch generell, würde ich behaupten. Und mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne. Und, ähm, ich sage jetzt nicht, Reisen generell ist doof. Ich reise persönlich sehr gerne und ich finde es auch total okay, irgendwo hin unterwegs zu sein. Aber im Rollenspiel macht mich das fertig oft. Oder hat es mich sehr oft fertig gemacht. Und, äh, ich habe so, deswegen ist das hier heute gleichzeitig Talk, konstruktiver Talk und Therapiesitzung in einem quasi. Ja, oder ich reiße dich noch tiefer rein. Das werden wir feststellen. Das, das, das sehen wir dann. Dass du völlig zweifelst. Genau. Und nur noch direkt an der Location startest. Wie ist so dein Verhältnis generell zu Reiseabenteuern? Ja, ich komme ja, glaube ich, aus einer anderen Tradition. Für mich gehört die Reise dazu. In großen Kampagnen musst du dich halt von Ort zu Ort bewegen und da ist dann halt, wenn du vom D&D oldschooligen Weltenbau her kommst, einfach die Welt da und die Gruppe reist da durch und es passieren Dinge, die sowohl mich als Spielleitung als auch die Gruppe überraschen. Und wenn du kleine Abenteuer spielst, da ist ja so dieser klassische Zwei- oder leicht-Mehrschritt. Du hast immer eine, so eine Basis zu Beginn, dann erforscht du die Region und dann gehst du in den Dungeon oder die Magierinnen-Turm oder was auch immer. Und auch da ist die Erforschung für mich ein wichtiges Element, wo ich Bock drauf habe. Ich möchte jetzt nicht beschwören, dass ich das in den mittleren 80ern selber total geil und inspiriert gespielt habe, aber das hat sich so über die Jahre entwickelt und ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein ausgeglichenes Stimmungsbild hier. Und ja, wir haben ein paar Sachen rausgesucht. Also wie gesagt, es geht uns jetzt nicht darum, jedes Abenteuer in der DSA-Historie mit Reiseelementen, davon gibt es einen ganzen Arsch voll. Also zum Beispiel sowas wie Anthologien oder so haben wir uns jetzt hier gar nicht angeguckt und da gibt es einige Abenteuer, die auch größere Reiseetappen oder man muss von A nach B oder sowas haben. Das haben wir uns jetzt gar nicht angeguckt. Wir haben uns völlig willkürlich Sachen rausgesucht, an die wir uns erinnert haben, in irgendeiner Form, teilweise auch nur eine für eine von uns beiden. und da geguckt, okay, was läuft hier gut? Was läuft hier gar nicht gut? Wo explodiert mein Gehirn? Und ja, wir haben gesagt, wir sagen vorher noch so ein bisschen, was für uns so die Kriterien sind für das wäre gelungen, ansprechend oder adäquat. Ja, du guckst so, als würde ich anfangen. Genau, ich habe gedacht, fang du an, weil du immer so der Kategorien-Mensch bist und ich denke, du hast dir da wahrscheinlich viel dedizierter Gedanken gemacht, als ich mir das gemacht habe. Ja, es ist bei mir relativ einfach. Wie bei allem gilt bei mir, jetzt im Jahr 2023, kenne, kann und mag ich und ertrage ich viel mehr, aber klassisch finde ich halt den Hextcrawl sehr angenehm, wo du halt eine, die SpielerInnen haben eine blanke Karte mit sechseckigen Feldern drauf, vielleicht mit ein paar, ähm, mit ein paar wichtigen Geländemerkmalen, also den hohen Berg da in 50 Meilen Entfernung, den wirst du vielleicht schon sehen und dann habe ich da schon so grob in der Richtung was Bergiges eingezeichnet, aber ansonsten, äh, wird halt erforscht und geguckt, was da los ist, ähm, ja, vorher wird halt von der Spielleitung oder AutorInnen festgelegt, äh, was ist in welchem, äh, Hexfeld zu finden, ähm, wie sind die Beziehungen der einzelnen Gruppen untereinander, die dort leben, ähm, es gibt natürlich Zufallstabellen als, äh, als Mechanik des, der Weltenrepräsentation, die halt möglichst genau darstellen, was dort los ist, wie gefährlich es in einer bestimmten Region ist, ähm, mittlerweile ist es mir wichtig, dass das nicht nur Kampfbegegnungen sind, natürlich, auch da werden wir heute drüber sprechen, war das früher immer 1 bis 2, 5 Orks, 3 bis 4, äh, 7 Goblins, 5 bis 6, äh, 7 Trolle, ähm, was dann halt schon auf die Umgebung abgepasst ist, aber es waren halt einfach potenzielle Kämpfe, das gefällt mir mit 100 Jahren Abstand nicht mehr ganz so, aber im Prinzip ist das das Spiel, was ich gerne mag, ähm, ich habe da ganz viel in der letzten Zeit so an kleineren Hextrolls selber geschrieben und das, was Jasmin auch ansprach, so Kulturen und sowas sind noch das, was ich da gerne in Zukunft genauer bearbeiten möchte, ich überlasse das dann sehr gerne der jeweiligen Spielleitung, die das dann auch leitet, ich deute dann gerne an, äh, aber die genauere Ausarbeitung soll dann immer die Person machen, die es auch leitet, damit das schön passt, ähm, damit ihr wisst, grob wovon ich rede, wenn es euch interessiert, ich habe für System Matters ein kleines Heftchen, das Hextcrawl heißt, geschrieben, äh, und das kann man sich auf der Downloadseite gratis runterladen, oder wenn die noch Exemplare haben, wenn man da irgendwann mal irgendwas bestellt, schickt man einfach als Nachricht mit, ich hätte gerne einmal das sexy Hextcrawl-Feld von Moritz, schickt mir das doch mit und dann schicken die das auch kostenlos mit, äh, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich vermute mal schon. Also, ich mag diese Art von Reisen sehr gern, dass ich wirklich so eine freie Erkundung habe und, ähm, dann die Gruppe sich wirklich, äh, überlegt, ja, was könnten da für Gefahren lauern und da der Berg, da gehen wir lieber dran vorbei oder wir nehmen halt die Straße, dann bewegen wir uns schneller, ähm, denn auch da sind viele Regeln notwendig, dass du halt genaue Reiseregeln hast, das ist wichtiges Ressourcenmanagement auch, dass du dann ab dem siebten, äh, Hacks, was du bereist, vielleicht irgendwann mal was essen solltest, du weißt, wie viel du an einem Tag schaffst, also all das sind so Dinge, die dann vorab angegeben werden, aber da werde ich gleich immer mal wieder zu kommen, was ich da gerne an Informationen in Abenteuern sehen würde, damit ich es adäquat leiten würde. So, genug geredet, du darfst. Ich habe gerade den Link gepostet zu dem, äh, Hacks-Call-Sign, falls das jemand, äh, sich angucken oder gegebenenfalls auch dort runterladen. Ich gedacht, das passt gut. Ja, Reiseabenteuer, wie gesagt, keine sehr guten Erfahrungen als Spielerin, keine sehr gute Erfahrung als Spielleitung oder wenig gute Erfahrungen, auch in anderen Systemen, also es ist nicht DSA-spensivisch bei mir, diese, diese leichte, ja, Abneigung, kann man schon fast sagen. Ich, äh, finde tatsächlich auch Sachen gut, die sehr offen sind, also ich habe eine große Liebe, ja, für Hexploration, eines der, der nicesten, ist nicht wirklich ein Reisemodul, aber, ähm, Bewegungsmodul bei DSA war zum Beispiel, äh, die Dämonenbrache in der Garretbox, die hatte auch Hexkarten, man hatte Informationen zu verschiedenen Geländetypen, wie schwierig ist es, da durchzukommen, man könnte Zufallsbegegnungen haben, aber man hatte auch dedizierte Locations, die man erforschen konnte, wo dann ein NSC saß, ein Monster saß, irgendwas passiert ist. Und sowas, sowas mag ich total gerne. Ich mag auch, ähm, sehr gerne, wie, ähm, wie, ähm, Forbidden Lands das macht, tatsächlich, wo man auch wirklich einfach irgendwo anfängt, dann sich quasi ein, äh, ein Hub oder eine Festung ausbaut und dann drumherum erkundet, wo ganz viele einfach willkürlich festgesetzt oder zufällige Dinge geschehen können. Sowas mag ich. Ich mag aber tatsächlich auch gut gescriptete Reisen, wenn ich denn irgendwie als spielende Person die Möglichkeit habe, da a, entweder Einfluss auch auf die Route zu nehmen oder es klug, nett und gut gemacht ist, so dass ich nicht ständig das Gefühl habe, öh, hier ist alles gescriptet und ich habe keinerlei Entscheidungsfreiheit. Ja, keine Ahnung, ich reise, reise, in Wahrheit ist es eine Verfolgungsjagd und ich habe nicht so wahnsinnig viele Optionen, dann ist für mich völlig klar, okay, es gibt diese eine Route, es geht da lang, alles andere ist irgendwie nicht sinnvoll, ähm, machen wir, und das kann dann zum Beispiel sehr spannend sein. Aber, ja, und am anderen Ende der Skala ist halt so, wir müssen von A nach B, aber diese Reise dient irgendwie nur dem Zweck, ähm, die Spielen fertig zu machen und denen zu zeigen, wie gefährlich und tödlich es da ist und, äh, oder weil sie da lang müssen, um überfallen zu werden, auch das ist eine, eine, eine sehr, weiß ich nicht, schlimme Sachen, also, wo ich mir denke, so, warum muss ich da jetzt hunderte von Meilen durch die Wildnis, nur um da dann irgendwie überfallen zu werden, an Punkt X oder so. Wobei ich da kurz andocken kann, auch wieder in Richtung dessen, was ich eben meinte mit der Weltensimulation, natürlich gibt es fürchterlich gefährliche Regionen und da ist es Aufgabe der SpielerInnen mit ihren Charakteren, äh, HeldInnen, wir sind ja bei DSA, da darf ich das endlich mal sagen, ja, HeldInnen, gemeinsam herauszufinden, wo wir vielleicht besser erstmal nicht hingehen sollten und, äh, wo wir uns unsere Meriten, äh, verdienen können, also, ja, ich baue das dann wirklich so, dass da auch dann im verdammten Drachenwald ist dann ein Drache oder so und, äh, wenn die dann auf der ersten Stufe oder mit, äh, 0,2 Abenteuerpunkten da hingehen wollen, so be it, aber ihnen sollte klar sein, das wird schwierig. ja, wenn das eine gewusste Entscheidung ist, finde ich das sehr dumm, also, von, von Spielenseite, aber, äh, wenn einem zum Beispiel sowas aus Versehen passieren kann und dann alle aufgefressen werden, finde ich das immer ein bisschen tragisch. Ja, nee, total. Das Tofu-Ferkel freut sich vor allem über Erkunden der Gegend und Interaktion mit den anderen Charakteren, dann wird er sich ja morgen wieder über die nächste Sitzung vom Dungeon des Todes freuen. Das dürfte dann wieder genau sein Ding werden. Das, äh, es wird. Ja, ähm, ganz klar dazu sagen, wollte ich auch gerne noch, dass es uns nicht um die Bewertung eines Spielgefühls oder Spielerlebtes es geht, ähm, dass Leute gehabt haben, wenn sie zum Beispiel jetzt einige der Abenteuer gespielt haben oder die, eine der Kampagnen, über die wir jetzt reden, es geht wirklich nicht darum, zu sagen, mi, 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 die Kampagne ist schlecht oder mi, 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 das Abenteuer ist schlecht, oft gibt es in denen nämlich durchaus noch andere Sachen außer Reisen, aber, äh, und wir können nicht beurteilen, wie toll das bei euch war, ähm, wie eure Spielette und das inszeniert hat, wie die das aufgepeppt hat und abgeändert hat, äh, oder auch, ihr habt das direkt wie aus dem Buch gespielt und das war super, das mag alles sein, wir gucken uns, aber tatsächlich wirklich nur die Reiseepisoden an, ähm, und das, was das Abenteuer mehr oder minder liefert und wie es, wie es das auch macht, und ich werde natürlich mit großer Freude genau auf meinen kleinen Steckenpferden rumreiten und mich freuen, wenn das natürlich diese DSA-Abenteuer nicht bieten, ähm, aber ich denke, da solltet ihr einfach großzügig drüber hinweg gucken und euch denken, lass doch dem alten Mann seine Freude, ähm, DSA-Abenteuer sind schon gut, so. Ja, ja, so ist das, okay, genau, gut, wollen wir, wir haben eine wunderschöne Liste und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ähm, darf ich, darf ich noch eine Sache vorschieben, mir ist nämlich noch eingefallen, wo wir bei DSA sind und bei Reisen und bei diesen komischen Heftchen hier, aber es gibt ja auch DSA auf so, früher waren das so kleine, viereckige Plastikplättchen und ich habe, ich kann es nicht genau beschreiben, warum, ich habe bei Schicksalsklinge, also dem ersten Band der Nordland-Trilogie, habe ich diesen Reiseteil geliebt, heiß und innig, der war unfassbar tödlich, permanent hat man sich irgendwelche Krankheiten eingezogen, die nicht geheilt werden konnten, man wurde eingeschneit, das ging nicht weiter, man musste ein Jahr lang irgendwo in einer Kneipe sitzen, aber meine Güte, die Kämpfe habe ich gehasst bei diesem Spiel, aber den Überlandteil, der war ganz, ganz großartig, frag mal Nessi, frag mal Nessi, sie war für sie irgendwie so, meine Stiefel sind kaputt gegangen, jetzt kriege ich hier für jede Weile, die ich hier reise, einen Schadenspunkt, warum habe ich kein verdammtes Joruga, wenn mich dieser Bär gebissen hat, ich habe Tollwut und wir sterben gerade alle, ja. Ja, ja, aber das war super, ich kann auch nicht beschreiben, warum, das ist einfach das Gefühl damals, weiß ich, wahrscheinlich mit wohligen Winterabenden und warmen Kakao oder so verbinde, ich kann es nicht beziffern, benennen, aber das war super, also Schicksalsklinge, Überlandteil, go. So, dann können wir zu diesen Heftchen kommen. Genau, diesen wunderschönen Heftchen, der Moritz hat mir eine sehr ausführliche Liste, handgeschriebene Liste geschickt, die ich in eine Excel-Liste überführt habe und als erstes stand darauf, Wald ohne Wiederkehr oder der Wald ohne Wiederkehr von 1984, verfasst von niemand geringerem als Werner Fuchs. Werner F-Punkt. Ja, Werner, ähm, genau. Ja, warum hast du dieses Abenteuer rausgesucht? Ja, weil ich meine, was gibt es epischer zu erforschen als ein Wald, aus dem es noch dazu keine Wiederkehr gibt? Als ich mir dann heute nochmal in Ruhe ein Dreiviertelstündchen angeguckt habe, habe ich festgestellt, es gibt wahrscheinlich epischere Reise- und Erkundungsabenteuer, aber come on. Zum einen muss ich nochmal sagen, dass der Untertitel Murgol der Magier der Nacht heißt, was unfassbar großartig ist. Dann sollten wir an dieser Stelle auf jeden Fall die Schwafelhelden grüßen, die in Podcast-Form sich tapfer mit DSA 3-Regeln durch diese ersten, bisher, glaube ich, 12, 13, 14 Abenteuer durchgefeitet haben mit mal mehr und mal weniger Humor, aber auf jeden Fall immer gut zu hören. Und ja, wir haben hier eine Karte, die nicht Hexe hat, aber so doch immerhin Karos vom Wald ohne Wiederkehr. Und ich mag nicht spoilern, aber vielleicht kehrt ihr doch aus dem Wald zurück, man kann es nicht genau sagen. Dann gibt es aber keinerlei Regeln dafür, wie ich mich da drauf bewege. Also dauert das jetzt fünf Tage? Dauert das eine Viertelstunde? Wo gehe ich wie? Warum hin? Ganz merkwürdig, aber okay. Denn im Prinzip ist es auch Wumpe, weil ich kann eigentlich immer die Straße geradeaus gehen und komme dann an der Ruine an, wenn ich möchte. Ich könnte auch noch rechts zum Köhler, links zum Org-Lager gehen oder zum Räuberlager. Aber na ja, ich finde tatsächlich, dass die Ruine dann mit Murgol danach recht witzig, aber der Wald, Werner, das geht besser und wir werden auch in Kürze sehen, wir werden in sehr kurzer Kürze sehen, dass es viel besser geht. Ja, ich finde auch diesen Köhler und seinen Sohn, der Sohn, der dann mit seinem Bogen hinter der Gruppe irgendwo her springt und sie bedroht und nur darum bettelt, abgeknallt zu werden. Aber da muss man dann Werner wieder zugute halten. Er hat nicht gesagt, du, 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 es wird nicht auf diesen Bub geschossen, sondern da wird die Sache dann durchgezogen. Also, aber ganz merkwürdig und ja, da hätte man auch wirklich sich diesen eigentlichen Wald sparen können, wobei dann der Titel wieder ein bisschen aus der Nummer raus gewesen wäre. Es hätte dann nicht so heißen können, ne? Dafür, dass ich da einen granatenmäßigen Wald ohne Wiederkehr erwarte, ist eine Straße geradeaus mit zwei kleinen Knicken nach rechts und links nicht das, was ich erwartet habe. Aber, come on, wir haben uns erst warm geschossen oder findest du den Wald ohne Wiederkehr großartig? Also den Waldwald jetzt. Also ich fand es jetzt für damals gar kein schlechtes Abenteuer. Da gibt es schlechtere, würde ich verhaugen. Und ja, ich fand es auch immer komisch, warum das Wald ohne Wiederkehr heißt, weil ich fand eigentlich, dass man da eigentlich recht fluffig durchgegangen ist die meiste Zeit. Also ich habe das so gespielt, als auch später habe ich es auch geleitet, wo ich mir gedacht habe, wo ist denn jetzt hier die Bedrohung im Wald ohne Wiederkehr? Die Bedrohung findet ja tatsächlich erst später statt, also durch Mokul. Und natürlich ist man dann in diesen Wald gegangen und kommt dann von da gegebenenfalls nicht wieder, aber der Wald war gar nicht der Grund dafür. Deswegen habe ich dann auch immer gedacht, naja, okay, kann man machen. Aber ich fand es für damalige Verhältnisse eigentlich gar nicht schlimm. Da gibt es schlimmere Reiseabenteuer, die gar nicht so viel später entstanden sind. wobei ich sogar tatsächlich eine fast genau andersrumene Theorie aufbauen würde und zwar, dass gerade der Reiseteil zu Beginn mir noch relativ gefällt, so die ersten 84, 85, 86, weil da sich noch sehr nah, zumindest von den Strukturen her, an D&D Classic orientiert wird. Ja. Und dann, spätestens Ende der 80er wurde, kam man auf die Idee, das wäre doch viel geiler, das einfach alles zu erzählen. Was sollen wir denn diesen ganzen Kartenunsinn machen? Lasst uns doch eine geile Geschichte erzählen, das ist viel cooler. Aber das ist nur so eine ganz grobe Arbeitshypothese. Wir werden unterwegs immer mal wieder sehen, dass die sich nicht in ihrer Gänze halten lassen wird. Und wir haben vergessen zu sagen, dass wir auf Spoiler hinweisen wollten. Aber wenn ihr ein fast 40 Jahre altes Abenteuer mit Spoilern, wenn ihr da keine Spoiler erwartet, dann come on. Ihr habt doch gefälligst schon Wald ohne Wiederkehr mehrfach gespielt. Wir versuchen immer zu sagen, bei welchem Abenteuer wir uns gerade befinden. Und das, worüber wir reden, enthält immer irgendwelche Spoiler tatsächlich. Wir gehen aber, oder wir versuchen, die meiste Zeit chronologisch vorzugehen. Das heißt, wir sind dann so in drei bis fünf Stunden wahrscheinlich so bei 2001 oder so. Also lädt euch entspannt zurück, die neueren Sachen kommen später. Und es ist tatsächlich so, dass wir einen sehr großen Anteil von alten Abenteuern tatsächlich drin haben, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir alte Säcke sind und dass der Moritz hier sitzt. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Sollen wir zum Nächsten kommen, denn da sind wir, da werde ich jetzt sofort Werner rehabilitieren mit einem Lächeln im Gesicht. Ich voll Versager, ja. Ich habe hier alle Cover rausgesucht und was mache ich jetzt für die Leute, die sich tatsächlich und so fressend antun? Ich blende sie nicht ein. Aber beim Nächsten machen wir das jetzt. Come on. Ja, bitte. Also, ich habe mir dann auch noch aus dem Jahr 1984 durch das Tor der Welten angesehen, was, glaube ich, in DSA-Kreisen für viel Unmut und Unbegeisterung sorgt. Aber ich habe mir diesen Reiseteil angeguckt. Es gibt eine Abteilung, die heißt Die Suche nach der Station, so gegen Ende. Und da sind wir jetzt auf einem, in einer fremden Dimension Planeten. Was weiß denn ich, wo wir da sind? und wir haben eine Hexkarte und es gibt Regeln, wie gereist wird und es gibt Regeln, wie die Sichtweiten sind und es gibt Zufallsbegegnungen. Okay, come on, es sind nur Kämpfe, aber das, da bin ich 1984 dabei, das hätte ich im Jahr 1984 genau so geschrieben. Völlig abgesehen davon, dass das für mich von der Präsentation und der Leitbarkeit, geiles Wort, und der Leitbarkeit ja sehr angenehm ist, weil es mir sehr entgegenkommt, haben wir da noch eine extrem geile Welt jenseits von Aventurien mit, das hat dezente Basum oder Purpur Planet oder allgemein Dungeon Crawl Classics Vibes, da merkt man einfach, dass Werner die Science Fiction der 40er, 50er, 60er schätzt. Also das, ich bin begeistert, ich werde irgendwann demnächst, glaube ich, nur diesen Teil davon einfach mal so aus Spaß für irgendwelche wahnsinnigen Leiten, die sich da drauf einlassen. Das ist ein kleiner Hextcroll mit fünf bis sechs Locations und ein bisschen Schnickschnack drum, aber ich könnte jetzt schon aufhören. Ich bin glücklich zufrieden, dass er 1984 es erreicht. Ich bin fertig. Ich finde auch für, also vom Abenteuer selber kann man leiden, was man mag, aber ich finde auch, der Teil ist super gemacht, gerade für damals, er hat einem sehr viele Freiheiten geboten und ja, die Zufallsbegegnungen sind alle Kämpfe, aber das hat man damals halt so gemacht, das kann man dem Abenteuer ja und Werner schon gar nicht vorwerfen, finde ich. Und natürlich würde man das heute anders machen, aber für damals ist das tatsächlich eines der Abenteuer, wo ich finde, dass der Reiseteil gut gelöst ist, spannend gelöst ist und man konnte das vor allem auch so ein bisschen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Also man konnte zum Beispiel auch sagen, okay, keine Ahnung, wir lassen jetzt die Zufallsbegegnung aus. Das tut man natürlich nicht, wenn man bei Trost ist. Wenn man sie ausgewürfelt hat, dann macht man das natürlich nicht, aber man konnte dadurch halt als Spielleitung hatte man auch so ein bisschen Einfluss auf die Länge des Abenteuers oder sowas wie, ja, die Spielsitzung ist zu Ende, gleich kommt Fußball, oh nee, was mache ich jetzt? Ah, ich bringe sie um, wir nehmen diese Zufallsbegegnung. So, genau, so finde ich immer eigentlich. Also für damals finde ich tatsächlich auch, wie gesagt, den Rest des Abenteuers aufgeklammert, top. Ich habe tatsächlich auch genau mir nur den Teil angeguckt, weil ich den in Erinnerung hatte und wusste, dass das für mich angenehm strukturiert war und gut zu leiten und wirklich abgefahrener Kram. Also da diese Seerosen und so und diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Mulg, Gulm, Mulg, Bulg, die auf diesen komischen Dino-Dingern reiten. Verdammt cooler Kram und für mich ist DSA genau das. Damit bin ich größer zu zwei Prozent höchstens, aber das ist cool. Das ist wild, das ist wildes Aventurien, so gehört sich das. Right, ja, als nächstes auf der Liste. Moment, Moment, Jasmin, da gerade im Chat was mit, dass man ihm unironisch schöne Sense of Wonder Momente schaffen kann. Ich spiele eigentlich fast nie was ironisch. Also ich meine das genau so. Also ich, wie gesagt, vielleicht ist der Rest des Abenteuers gemeint, aber ich meine das genau so. Ich würde das genau vom Blatt spielen wollen und hätte wahrscheinlich wahnsinnig Spaß. Ja, also man kann da sehr viele Sachen entdecken, die man jetzt vielleicht, wenn man Aventurien so von heute kennt, wobei man da ja auch nicht in Aventurien ist, in dem Abenteuer wohlgemerkt, viele Dinge sieht, die man da so nicht vermuten würde. Ohne groß zu spoilern. Es ist ein sehr altes Abenteuer und man merkt sehr, sehr deutlich, dass der Werner eigentlich Science Fiction viel geiler findet als Fantasy zu diesem Film. Gut, dann gehen wir weiter, wenn du möchtest. Ja, Mistfort mit der Fahre. Ja, genau. Schon mal durchs Bild. Der Zug durch das Nebelmoor und die Sümpfe des Lebens. Die Sümpfe des Lebens, das ist ein Solo-Abenteuer, das da mit drin ist. Das klammern wir jetzt wahrscheinlich bei unserer Betrachtung so ein bisschen aus, ne? Ja. Professionellerweise heißt das das Gruppenabenteuer dann der Wagenzug durch das Nebelmoor, damit man sich auch nicht an einen Titel gewöhnen muss. 85, Frank Pfeiffer als Autor. Magst du was sagen oder muss ich? Natürlich musst du, ja. Aber ich dachte, du sagst was Nettes vielleicht. Achso, nee. Ich habe, ich lese einfach mal kurz, ich habe mir drei Sätzchen notiert. Ja. Oha, schon die Karte tut irgendwie weh. Statt freier Erkundung gibt es mehr oder weniger feste Strecken, die abgelaufen werden müssen. An drei Stellen kann immerhin auf einem Nebengleis gereist, auf einem Nebengleis gereist werden. Es gibt Orks, ein Weg durch einen Berg, eine Fähre mit einem kleinen Rätsel, Moorleichen, den schwarzen Fährmann. Und das klingt jetzt gelangweilt. Die Elemente fand ich in diesem Abenteuer schon immer ganz witzig, absolut spielbar, aber die Struktur hat es mir immer schlimm-madig gemacht und ich konnte das kaum ertragen, weil der Autor hat gedacht, ich habe schon mal schlechte Dungeons gesehen, dann kann ich doch auch die Wildnis zu einem schlechten Dungeon machen. Und das ist halt einfach keine großartige Idee. Da sind nette Ideen drin, es ist aber keine Geschichte großartig, die sich da entspannt, es ist keine Freiheit für irgendwen. Schwierig. Ja, also ich hatte das deswegen rausgesucht, weil ich gedacht habe, es ist eines der frühen Abenteuer, wo eine lineare Reise beschrieben wird, weil das ist genau das, was wir jetzt haben, ist es eine klare Route festgelegt. Ja, man kann ein- oder zweimal abweichen, aber faktisch ist halt vorgesehen, dass man genau da lang geht, wo das Abenteuer einen gerne hätte und genau das erlebt, was das Abenteuer vorgibt. Das ist per se nicht schlecht. Ich habe auch, wir haben das relativ früh gespielt, wir waren relativ jung damals, wir haben das gar nicht so gemerkt. Wenn man sich das jetzt heute anguckt oder das heute mit einer Gruppe spielt, wird man sich vermutlich an der einen oder anderen Stelle die Frage stellen, warum muss ich jetzt da lang? Warum muss ich das jetzt machen? Warum gibt es hier keine andere Option? Und deswegen, ich habe jetzt, ist es jetzt nicht das Schlechteste? Überhaupt nicht. Aber es bietet halt auch so wirklich so null Optionen. Deswegen würde ich eher sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Und für mich war das halt wirklich so eine Ernüchterung jetzt. Aber ihr müsst halt immer bei allem, was ich gemein oder nett sage, beachten, das ist das, wie ich persönlich es schätze oder nicht schätze. Ich schätze alle Arbeit hoch ein, die irgendwie in so einem Ding veröffentlicht wird mit diesen schicken Covern. Ihr könnt schon mal gleich für zwei weitergucken. Also erst mal, das wäre damals wahrscheinlich mein Lebenstraum gewesen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe so von 1983, 84, 85 an direkt meine Abenteuer genauso aufgeschrieben, wie die waren. Hab mir von meiner Mutter immer für das Cover, habe ich mir das und von Dungeons & Dragons abmalen lassen, weil ich dazu nicht in der Lage war, damit das genauso aussah wie die Abenteuer. Nein, also, Frank, fetten Respekt, aber es ist einfach nicht, es ist nicht meine Reise, lass es uns mal so sagen. Ich muss kurz jo gerne an. Ich glaube, der hätte es nicht so diplomatisch formuliert. Aber ja, aber sag mal, hast du tatsächlich irgendwelche Frühwerke noch? Ich meine, ich schäbe mich tot bis heute, ja, aber es wäre schon extrem lustig, wenn wir mal so unsere Frühwerke vergleichen könnten. Und ich sag mal, beide sind wirklich also extraordinär schlecht. Es gibt einen Grund, dass ich bis heute echt selten Abenteuer schreibe, ja. Ich habe auf meinem Seifenkisten-Blog ein Abenteuer irgendwann mal gescannt und hochgeladen. Ich müsste mal auf die Suche gehen. es ist allerdings aus einer späteren, sagen wir mal, Schaffensphase. Müsste so Mitte, Ende der 90er während des Studiums gewesen sein. Da habe ich AD und D2 vergotten Realms-Abenteuer rausgekloppt, als gäbe es kein Morgen. Ich habe ein wirklich gutes Dark-Sun-Abenteuer geschrieben, wo ich heute noch darauf stolz bin, dass er mal verschollen ist. Wahrscheinlich ist es auch scheiße, aber ich habe das total großartig glorifiziert im Kopf. Es ist leider verschwunden, sonst könnte ich das sagen. Ich habe noch so drei, vier Abenteuer aus den 90ern, die ich irgendwann mal gerne lieben könnte. Das müssen wir eigentlich irgendwann mal machen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Vor allem, weil ich die meisten Sachen auch nie fertig geschrieben habe. Ich habe in so Schulhefte reingeschrieben. Teilweise kann ich es auch gar nicht mehr lesen. Oder weiß einfach nicht, was ich meinem Hirn damit sagen wollte. Ich bin sicher, es war schlechter als der Zug durch das Nebelmoor. Ja, das ist das, was ich auch bei mir befürchte. Deswegen, ich mag jetzt gemein sein, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt was viel Tolleres hinkriegen würde und 1985 hätte ich das definitiv nicht, ganz sicher. Also so viel an der Oberfläche gekratzt, aber immerhin zum Zug durch das Nebelmoor. Als nächstes haben wir auf unserer Liste ja, der hat alles da, ich weine manchmal. Der Strom des Verderbens. Ich habe extra das schöne alte Cover rausgesucht. Ja, ja, mit den, davon hatten wir es letztens, falls ihr es noch nicht gesehen habt, in unserem Talk zu DSA Cover und die Erwartungen, die diese so wecken und da ging es insbesondere um diese beiden grünen Wesen oben links im Semi-Vordergrund, die in dem Abenteuer gar nicht vorkommen. Ja, war gut. Falls ihr den Talk noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt an, es war ein Fest. Ja, der Strom des Verderbens. Magst du loslegen und ich sage dann danach, was ich sagen möchte. Ich glaube, das war dein Wunsch, oder? Das habe ich einfach reingenommen, weil ich gedacht habe, wir haben das letzte Mal schon so ausführlich über das Abenteuer geredet, wir brauchen eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen. Also, man ist unterwegs von A nach B und Achtung, Spoiler, ja, denen wird es überraschen, man ist unterwegs auf einem Fluss. Und, ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben, dazu, und irgendwas Kluges. Ich kann ja schon mal meine... Es geht von Fjordok nach Havena, also es ist jetzt für alle, die sich inneraventurisch auskennen, keine so wahnsinnig große Strecke, für Aventurien ist es schon eine enorme Strecke, ja. Ähm, äh, es ist ein Primär, ein Bewachungsszenario, also pass auf, scheiß auf, und, ähm, es hat detektivische Elemente das Abenteuer selbst, das heißt, ich fand immer, dass unterwegs sein in diesem Abenteuer eigentlich eine Nebensache ist. Mhm. Also, weil, also, man kann es auch anders sehen, man kann sagen, naja, das ist ja die Hauptsache, aber dafür wird das zu wenig unterfüttert, dafür passiert auf der Reise einfach auch zu wenig, was nicht mit dem eigentlichen Plot zu tun hat, ja, also nämlich einer, Spoiler, Mordserie, ähm, und damit beschäftigt man sich eigentlich, und nicht wirklich mit dem, mit dem Vorkommen. Es ist außerdem sehr linear, ähm, der Ablauf ist genau festgelegt, was aber auch mit diesen Morden zusammenhängt, weil die müssen in einer bestimmten Reihenfolge passieren, aufgrund der Hintergründe, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, ähm, und das gibt auch keine Möglichkeit, weder die Reise abzukürzen, noch eine andere Route zu wählen, noch zum Beispiel auch die Mordserie vorzeitig aufzuklären, auch das ist vom Abenteuer nicht vorgesehen, weil man bestimmte Hinweise erst an Zeitpunkt X bekommen darf, oder auch bekommt, und, ähm, ja, man ist unterwegs, und mein Fazit war, es ist aber faktisch gar kein Reiseabenteuer. Ja, erst mal, ähm, wir sind im Jahr 1995, Autor ist ein, ähm, semi-bekannter Ulrich Kiesor, von dem einige vielleicht schon mal gehört haben, ähm, und der macht direkt in dem Intro-Text ein gewaltiges Fass auf und erzählt, dass dieses Abenteuer unglaublich grandios ist, aber es liegt natürlich an euch, die ihr das meistert, dass ihr euch gut vorbereitet, denn sonst ist es weniger grandios, als es sein könnte, ähm, ja, das würde ich bei jedem von meinen Abenteuern behaupten, ganz locker von der Leber weg, ähm, es heißt, die Todesfahrt nach Ravenna, auch da, ähm, das rockt das Haus, da erwarte ich wirklich, äh, Stromschnellen und die Gruppe, die mit, mit, äh, kleinen Paddeln dagegen ankämpft, nein. Ich glaube, das hat er ein bisschen ironischer gemeint, also ich meine, weil da sterben ja schon Leute, ne, also Todesfahrt. Ja, nein, nein, der Titel, an den habe ich nicht kritisiert, das war wieder völlig unironisch. Ach so. Todesfahrt nach Ravenna ist ein Weltklasse-Titel, aber das lässt mich halt was anderes erwarten, als, ähm, das hier, so, dieses, ja, ähm, ich überlege gerade, wie dieses großartige C64-Adventure-Spiel Murder on the Mississippi, glaube ich, das hat so eine, so ein, so ein leicht, das hat auch, also dieses Computerspiel hat so eine, so eine gechillte Musik und die habe ich hierbei permanent im Kopf, obwohl da links und rechts Leute sterben, äh, die Heldin, Goblins, Flusspiraten und andere Skroppzeuge abwehren müssen ohne Ende, aber insgesamt null Einfluss auf irgendwas leider hat äh, und dann am Schluss sagen, du warst es. Und, ja, das hätte ich auch in irgendeinem alten Herrenhaus spielen lassen können und hätte mir, äh, den Strom des Verderbens sparen können. geschenkt, genau, genau, das, das war auch mein Gedanke, so irgendwie, warum bin ich da, also ich meine, ja, ich bin da unterwegs und, aber irgendwie so wirklich Mehrwert hatte das ich. So, alles klar, äh, hören wir auf mit dem Strom. Ja, der Strom, der Strom ist, der Strom ist vorbei. Hä? Hä? Was? Wann geht das jetzt? Nein, du hast, du hast unsere Liste nicht benutzt. Ich bin entsetzt. Was? Nein, wir sind noch nicht bei 1988, wir sind noch 1986 und zwar im Spinnenwald. Ah, ah, oh ja, da habe ich ja zuge, ach, genau, alles da, ich mache nur noch so. Der Spinnenwald gehört dir. Man muss dazu sagen, Moritz hat, es ist sehr traumatisiert, es gibt eine sehr gute Folge, wo er sich über dieses Abenteuer im Detail, ja, im Detail, im Podcast auslässt, hört sie euch unbedingt an. Genau, also, Gruftschrecken, Folge weiß nicht was, mit Benjamin und mir und als Gast dieser Nico Mendreck, der auch begeistert war vor dem Abenteuer. Ja, ja, der war sehr begeistert und, aber noch dazu muss ich sagen, insgesamt habe ich warme Erinnerungen an diese Trilogie und ein Mensch auf meinem Discord spielt das gerade aktuell sogar mit den passenden Regeln und das ist sehr amüsiert, schreibt dann immer so, bei uns geht es heute da und dahin und dann schreibe ich immer nur mein Beileid, aber er hat jedes Mal Spaß, also irgendwas muss dieses Abenteuer richtig machen, aber ich möchte zum Spinnenwald nicht mehr viel sagen, das darfst du gerne machen. Ich bin völlig sicher, dass ich wenig Gutes über dieses Abenteuer zu sagen habe. Guck hier, im Chat leitet auch jemand gerade den Spinnenwald, also irgendwie hat es die Zeit überdauert und existiert immer noch diese Trilogie. Genau, here we go, die Auckland Trilogie. Was kann ich sagen, ich kann wenig Gutes über die Trilogie sagen, mein persönliches Erleben als Spielerin war katastrophal, ich bin in keiner Kampagne so oft gestorben und ich habe wirklich auch sowas wie die Bomberat-Kampagne oder Janus Feuers gespielt, wo man schon gerne verstirbt. Ich bin dreimal gestorben, auf mich ist ein Riese draufgetreten, ich bin bei einer Zufallsbegegnung, weiteren Zufallsbegegnungen verreckt, ich weiß nicht mehr, was genau es war und im dritten Teil bin ich in einer Falle verendet und allein deswegen habe ich ein Hals auf diese Abenteuerreihe, ich habe sie später auch mal geleitet und mein Problem beim Leiten war halt vor allem die Prämisse, man kriegt das am Anfang so präsentiert, als würde man da große Entdecker spielen, der Auftrag ist, kartografiert das Orkland, erforscht, macht Dinge und ich würde schon sagen, dass die meisten Sachen, die man da tut, auch unter Erforschen fallen, aber gerade das Kartografieren wird irgendwie überhaupt nicht groß thematisiert, man ist halt unterwegs, es wird als Druckmittel benutzt, falls man irgendwie feststellt, oh ist vielleicht doch zu gefährlich oder ich traue mich nicht so ganz oder lass uns abkürzen, dann sagt das Abenteuer mehr oder minder, ja aber sie haben sich ja jetzt verpflichtet das zu machen, was soll denn das hier bitte, ja auch etwas zögerlichere Helden können sie gerne als Meister dann daran erinnern, dass sie ja gesagt haben, sie machen das und im Spinnenwald und auch die anderen Abenteuer, das Reisen ist natürlich schon ein großer Teil der Kampagne, wie komme ich von A nach B, aber auch da gibt es nicht so wirklich viel Variation, obwohl man theoretisch eigentlich überall hinlaufen könnte im Orkland, das ist ja groß, sondern man wird gezielt zu bestimmten Locations geschenkt, im Spinnenwald ist es zum einen, Moritz wird sich freundlich erinnern, ein sehr freundlicher Ex-Menschenstamm, ja, schön in den Kopf, ja und was jetzt ist die Schnee, okay, wir gehen nicht zu hart rein, keine Angst und später ist es dann der namensgebende Spinnenwald, wo ein sehr interessanter und cleverer, kluger, ja, wie kann man das sagen, kluger, Sparm von Smaragd-Spinnen wohnt und aber das Ganze vorweg und zwischendurch ist zum Anfang des Abenteuers erstmal unglaublich viel Blabla, ja, der Aufbau dieser großen, tollen Prämisse, ihr erforscht das Orkland und zumindest im ersten Abenteuer findet an Erforschung eigentlich nicht so wirklich wahnsinnig viel statt, man kriegt meiner Meinung nach zu wenig Informationen, man hat keine Flexibilität und ständig erzählt einem das Abenteuer, was man wie zu tun hat und nicht zu tun hat und überschüttet einen mit solchen Anmerkungen wie, ja, also auch wenn sie erfahrene Spieler haben und weniger erfahrene Heldinnen, ja, dann können sie ja mal so tun, als ob sie tatsächlich Entscheidungen anders treffen, als sie persönlich sie treffen würden, so echtes Rollenspiel, also ich weiß nicht, der pädagogische Ansatz hat mich sehr aggro werden lassen bei der Lektüre, ich weiß nicht, ich vermute, das war nicht beabsichtigt, aber ich, ja, und wie gesagt, Reise, also wenn ich höre, die Erforschung des Orklandes oder die Erkundung des Orklandes, da erwarte ich mehr Erforschung, da erwarte ich, ich sehe mehr davon, als, ja, es gibt Zufallsbegegnungen und ja, die können verdammt tödlich sein, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich habe, ich habe mir mehr erwartet, ich kenne auch Leute, die ein ganz fantastisches Spielerlebnis mit dieser Kampagne hatten, ja, don't get me wrong, vielleicht habe ich auch einfach nur extrem Pech gehabt, aber das ist, ähm, für mich emotional noch ein bisschen schwierig, tatsächlich, es gibt aber ein Element, das ich sehr gut fand, ich will ja nicht nur rumkacken hier, ja, ähm, mal gucken, ob ich es finde, ich habe es sogar rausgesucht, so gut fand ich es, aber das war auch das einzige Element, was ich da gut fand, nämlich, tadaa, es gibt einen wunderschönen, man sieht jetzt nur noch Moritz, nicht mich, ich weiß, ähm, Moritz, guck adäquat, dass, ähm, dieser wunderschöne, schlecht eingescannte Plan des Schicksals, aber ich weiß nicht, ob man es erkennt, darauf sind unterschiedliche Geländearten, also es gibt Sumpf, es gibt, äh, Gebirge, es gibt Wald und so weiter und in dem Abenteuer ist tatsächlich auch wirklich beschrieben und damit könnte man erforschen, ja, also, das kann man schon tun, man kann da rumlatschen, man kann auch in eine beliebige Richtung gehen und dann Zufallsbegegnungen spielen, die je nach Geländeart auch unterschiedlich sind, ne, aber es wird halt schnell alt, weil ansonsten passiert halt nichts, es sei denn, man ist da, wo man hin soll und das ist das, was ich daran kritisiere, dass es prinzipiell, die Anlage hiervon ist eigentlich ganz nice, das gilt leider auch nicht fürs ganze Orkland, das ist nur so der Anfang des Orklandes, den man sich als erstes anguckt, ähm, und da hat man auch wirklich alles an Spielelementen, also so, welches Gelände ist das, was macht das denn und so weiter und so fort und was kann da passieren, aber dann wird man wieder zu bestimmten Ereignissen gezwungen, wobei das Abenteuer es auch ganz hässlich macht, es tut mir leid, dass ich darauf so rumreite, aber sagt dann auch, ja, sie können natürlich auch nicht zu Häuptling, Äh, Echsen, Häuptling, Atzel, Atzel und, äh, seiner lieblichen Tochter gehen, das können sie, das steht ihnen frei, aber dann erleben sie das hier halt nicht, ja, und sie können auch nicht zu den Spinnen gehen, ja, dann waren sie halt nicht im Spinnenwald, also es ist so, weiß ich nicht, ich kriege da Agro, wenn ich sowas lese, äh, aber prinzipiell die Anlage, dass es irgendwie, hätte ganz nice sein können, war da, fand ich. Ich, mir ist eben noch eingefallen, eine Sache, die mir im Podcast so mit diesen Worten nicht eingefallen ist, und zwar, ähm, ich finde das, was mich stört, wie gesagt, man kann dort Exploration machen, du hast die Regeln, du hast das Gelände, du hast alles dafür, aber alle Begegnungen und so, die da sind, haben mir für mich irgendwie was von einem überzogenen Märchen, und das hat mich sehr gestört, da hätte ich lieber irgendwie was, was Gefährliches, was Orklandiges erforscht, und nicht irgendwelche komischen, explodierenden Pflanzen oder merkwürdigen Riesen oder Lindwürmer, oder irgendwelche Sachen, die, die die Grimms auf schlechten Pilzen sich hätten, sich ausgedacht hätten, ähm, schwierig, also, schade eigentlich, denn, wie du sagst, das ist von Struktur und Aufmachung und in Ordnung, und es ist auch absolut klassisch, wenn du ein Hextcrawl oder halt eine Erforschung hast, da Aufträge vorzuschalten, und da ist natürlich der klassische Auftrag, erforsche das, bring mir eine Karte von dem Gebiet zurück, ähm, ich mache das tatsächlich, ich gebe immer vorher so ein, wie 20, äh, potenzielle Aufträge, die die Gruppe haben könnte, denn sonst geht es halt wirklich die Straße entlang, bis auf die andere Seite von der Karte und verschwindet einfach, äh, eben Westen oder was auch immer, äh, wenn ich will, dass die in meiner Region Dinge erleben und machen und tun und Action haben, dann müssen sie natürlich irgendwie einen Antrieb haben und da, weiß ich nicht, kann man sich ja, äh, bring mir den, den durchsichtigen Glasfisch oder sowas, du sollst dafür 100 Goldmünzen erhalten, irgendwas, und dann suchen die halt in dieser, in diesem Gebiet den Glasfisch, ähm, deswegen, also die Voraussetzungen sind gegeben, ähm, innerhalb zu wenig und zu komische Sachen. Ja, wobei, also es sind nicht alles Kampfbegebungen tatsächlich, aber ich fand, die Begegnungen, die Kampfbegegnungen sind, sind teilweise extrem abrupt, also wie dieser Riese, ja, der auf mich draufgetreten ist oder solche Sachen und, ähm, es hatte gerade jemand, ich glaube, ähm, Asratus war, es hatte angemerkt, ja, ähm, eventuell wäre es ganz gut gewesen, mit höherstufigen Eldinnen einzusteigen, sehe ich ganz genau so, also, weil es war ansonsten echt schnell, wirklich schnell tot zu sein, also, zumindest, wie gesagt, mir ist es ein paar Mal passiert, ähm, aber das war halt genau das, was das Abenteuer sagt, es sagt ja, spielen Sie doch bitte neu generierte Heldinnen. Okay, machen wir, machen wir. Aber ja, also, äh, mein großes, mein großes Trauma, jetzt wisst ihr es, die Auckland, die Auckland Trilogie, ja, nie wieder. Darf ich dann, äh, jetzt, äh, diese Insel, jetzt darfst du, darfst du natürlich. Bild fahren. Ja, die Insel, der Ressour. Jawohl. Tatsächlich, äh, muss ich dazu sagen, ich kenne die Kampagne nur teilweise, also, das ist Teil der, ähm, genau, das ist der dritte Teil der, äh, 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 Dingens, Südmeer-Tetralogie, sind vier. Genau. Insgesamt. Damals hieß es noch Südmeer-Serie in diesem Band, denn, es wird erwähnt, es sollte eine Trilogie werden, aber dann ist leider jetzt schon der vierte Band in der Mache, äh, und man war sich nicht sicher, ob dann noch mehr Bände passieren, ja, Teil drei der Südmeer-Serie von Werner Fuchs und Robert Simon. Ich habe jetzt euch, äh, Werner Fuchs, in einem etwas weniger starken Moment und in einem Geistesblitz-Moment gezeigt. Jetzt haben wir Werner Fuchs in einem okayen Moment, denn, ähm, ja, ich habe schon klassisch im Vorwort ein bisschen Magenschmerz, da ist wieder dieser klassische Satz, äh, als Meister muss ich doch Spielfreude und Spannung, äh, geben und so und, äh, wenn dann die Regeln stören, come on, ändere sie oder lass sie weg, damit tue ich mich immer schwer, aber ich muss es, 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 wenigstens einmal gesagt haben heute, aber glücklicherweise, ähm, ist dann auch das Abenteuer in seiner Struktur sehr klassisch, denn, wir haben dieses Meer, wo wir rumschippern, können immerhin wenigstens zwei der Inseln anfahren, die anderen werden dann, äh, nicht beschrieben, äh, und, äh, dann kommt die Rissow-Insel, wo ich auch so ein kleines bisschen erkunden kann, sowohl auf dem Meer hätte ich gerne viel mehr Action gesehen, als auch auf der Rissow-Insel hätte ich viel mehr Action gerne gesehen, und das Problem ist, es gibt jetzt keine Regeln mehr für diese Exploration, diesen Kickerlitzchen-Kram hat dann Werner in den letzten vier Jahren einfach über Bord geworfen und sich gesagt, come on, die können das mittlerweile, die soll da eine schicke Sache machen, die, die brauchen mich und meine Sachen da gar nicht und meine blöden Regeln, die würden sie ja eh nur über Bord werfen, wenn sie wieder stören, ähm, ja, schön ist aber, dass hier bei einigen Locations auf der Insel gewürfelt wird, wo dann halt nicht direkt feststeht, was da wo wie warum genau los ist und, ähm, immerhin einige Relikte der Mit-80er wurden bewahrt, leider ist auch hier wieder nicht so viel los, erst später dann auf der Insel und nachdem ich dann so zum Spoiler-Krakenkönig und sowas hinkomme, rockt das ordentlich das Haus und macht seinen Erfahrungsstufen 11 bis 15 alle Ehre, vorher, es ist eher ein laues Lüftchen auf dem Südmeer, aber es ist ja Teil einer großen Kampagne und das passt schon, also ist absolut okay, hat ein geiles Cover, muss ich jedes Mal wieder sagen und, ähm, ist so ein Werner Fuchs im mittleren Qualitätslevel, aus meiner persönlichen Sicht. Also Werner, Werner ausgeglichen, nicht Hochform, kein Tief. Ja, wie gesagt, ich hab das Abenteuer tatsächlich nie gespielt, ich hab's mal besessen, ich hab auch mal drin gelesen, aber es ist so, 20 Jahre. Ich hab da tatsächlich diesen Reiseteil und den Erkundungsteil und ich glaub, Vogelinsel ist vor der Risseurinsel, wo man meistens zuerst so von der Windrichtung her hinkommt, ähm, ja, ja, aber das ist doch dagegen mehr. Also da hab ich dann 1988 im D&D-Bereich, also allein wenn man sich die Insel der Schrecken da mal anguckt als Vergleich, rockt das einfach viel, viel mehr und das tut mir leid. Aber, Werner, wir wissen, du hast es drauf. Werner kann es. Werner kann es. Super, jetzt läuft da einmal eine Katze durchs Bild und der Chat rastet aus. Ja, tut mir leid, das war auch nur die Kehrseite, aber ja, die Katze ist gerade elegant. Einmal von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere Seite schreit, dass sie laufen, das passiert hier. Sprechen mit dem Mund fusselig und die Katze geht einmal durchs Bild. Und alle gleich. Das ist wie, wir hatten in der Schule diese Tafeln neu, die man halt, da kann man alles drauf machen und beispielsweise kann man die auch auf ganz normalen Tafeln betrieb stellen oder mit der Hand oder mit irgendeinem Nichtstift drauf malen, schreiben und sonst was und dann habe ich tapfer in der damaligen achten Klasse Englisch unterrichtet und dann war eine Fliege im Raum und die ist immer auf der Tafel gelandet, dann so zehn Schritte gegangen und hat da so kleine Pünktchen und Linien gemacht und die komplette Klasse so, wey, Fliege! Und alle haben ignoriert, was ich da getrieben habe und ich musste dann auch aufgeben und sagen, okay, Fliege, du hast gewonnen, du verrichtest ein schmutziges Werk. Aber was ist das? Oh, das muss schlimm fürs Ego sein. Ja, absolut. Nice, nice. Als nächstes auf unserer Liste Das große Donnersturmrennen. Oh, ja, sehr gut, das hast du. Gut, dass ich dich schon mit dem Nächsten gewedelt habe. Ja. Denn auch da haben wir ja schon drüber in anderem Kontext gesprochen und ich hätte auch das trotz des geilen Titels nur bedingt irgendwie als Reiseabenteuer bezeichnet, aber mach du mal. Okay, also das große Donnersturmrennen. What the heck? Warum ist das ein Reiseabenteuer? Das ist ein Reiseabenteuer, behaupte ich, weil man wirklich verdammt viel unterwegs ist und das verknüpft eine Reise mit etwas, das eigentlich ganz cool ist, nämlich Zeitdruck. Also würde man ja jetzt sagen, von der Anlage her, geil, ja, ich muss mich von A nach B nach C nach X bewegen, also wohl gemerkt, ich habe mir die Route nochmal genauer angeguckt, ja, und lehnt euch zurück, Freunde der Sonne, es ist echt hart. Man fährt von in Witter los zum Turansee, vom Turansee nach Jubon, von Jubon nach Andergaast, von Andergaast zur Orgschädelsteppe, von der Orgschädelsteppe nach Lohwangen, von Lohwangen nach Donnerbach ins Nebel, also einmal durchs Nebelmoor, kennen wir ja schon, dann Donnerbach, Trallop, Trallop, Espen, Espen, Werheim, Werheim, Garret, Garret, Angbar, Angbar, Winhall. Also, wenn da nicht Reise eine Rolle spielt, wo dann? Ja, aber, aber ist es denn eine Reise, wo ich wirklich frei entscheiden kann? Überhaupt nicht. Ich fürchte, wir reisen da halt so entlang. Genau, das ist natürlich auch das, wo ich mir sage, hm, ja, okay. Und wo du positiv den Zeitdruck hervorhebst, habe ich Einfluss auf den Zeitdruck? Gibt es eine Regel, die sagt, du kannst dich, dafür brauchst du so lange, wenn du das machst, du könntest aber auch schneller machen, du könntest auch langsamer machen, du könntest hier aufgehalten werden, gibt es fürchte ich nicht. Arschzeitdruck. Nee, pass auf, also, und jetzt kommen wir gleich auch schon zur vernichtenden Kritik. Von den 60 Seiten, die dieses Abenteuer umfasst, sind 24 Seiten, Informationen über die teilnehmenden, Streitwaage, Gerüchte und Informationen auf der Strecke, wo die sich so befinden, also du hast so die Favoriten, das Mittelfeld und die Totalversager, ja, das ist da alles beschrieben, das ist schon mal so das halbe Abenteuer. Über die Route selber kriegst du so gut wie gar keine Informationen. also du kriegst gesagt, die fahren von da nach da, das und das passiert auf der Strecke. Viel Platz für irgendwelche anderen Sachen ist da einfach nicht, weil wie gesagt, das halbe Abenteuer ist ja schon voll mit Informationen zu sehr, sehr vielen Beteiligten und Dingen und dann sind aber auch stellenweise sind so Sachen drinne und ich muss sagen, da habe ich schon gedacht, Mensch, der Hatma hat das Abenteuer geschrieben, Hatma von Wieser, cooler Shit, weil da sind dann so Sachen drin wie Zufallsereignisse, Wetter, ja, das deine Reise beeinflussen kann, es gibt eine Unfalltabelle, Streitfahren ist gefährlich und das ist sowas, wo ich sage, für damalige Verhältnisse, ähm, 80 fand ich das schon extrem krass und gut überlegt, aber wie gesagt, ich finde, das größte Manko ist, ich erfahre wenig über diese Reiseetappen und wo ich da eigentlich bin, ja, und ich meine, klar, man hat Zeitdruck, man wird jetzt da nicht irgendwie Zeitziehen machen oder so, keine Frage und der Kern des Ganzen ist das Rennen, aber ich finde es halt, ja, schade, weil man hätte das mit ein bisschen mehr Varianz und ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen, hätte das eigentlich ziemlich nice werden können, weil die Idee, du musst von A nach B und du musst da A lebend und heil ankommen und B möglichst schnell, finde ich eigentlich sehr spannend. Ja, ich muss dem Chat ein bisschen beipflichten und was aufgreifen, wahrscheinlich bei der Rallye Paris-Dakar oder bei der Tour de France werden die Leute auch von der Strecke nicht viel sehen, die sind konzentriert drauf, ihren Puls im Griff zu haben und nicht irgendwo runterzufahren, zu fallen oder sonst was und abends fallen sie im Hotel ins Bett, also ist halt, wenn man es so betrachtet, dann auch nicht mehr so geil als Voraussetzung für ein DSA-Abenteuer, wie der Titel das große Donnersturmrennen uns glauben machen würde. Also eigentlich habe ich Thema verfehlt, es ist gar kein Reiseabenteuer, ne? Aber haben wir nicht Schnurrbärte auf dem Cover wenigstens, dann passt das doch. Und Flügelhelme. Und Flügelhelme, also dann kann man das immer nehmen. Nein, genau, ich finde auch, dass die Reise da fehlt, aber das ist ein Abenteuer, was ich definitiv auch heute nochmal irgendwie spielen wollen würde. Das machen wir. Ja, das machen wir. Aber warte, aber warte, aber warte. Wenn jemand oder ich sich Mühe gibt, das wirklich spielbar aufzubereiten. Ja, ja, das mache ich auf jeden Fall. Also, keine Frage. Eine Frage. Okay. Na gut. Ihr werdet gar nicht merken, dass ihr auf Schienen reist. Ja. Wir machen das. Ja, okay. Das ist kein Reiseabenteuer. Kann ich bitte einen Song haben? Danke. Gut. Wir vergessen, dass es passiert ist. Wir sind übrigens eine Stunde und wir sind noch nicht bei der Hälfte. Ich würde sagen, Arschbacken zusammenkneifen, ja? Ja, wir können ja jetzt dünn drüber huddeln, dann passt das. Was? Nein, nein, nein. Es geht schon. So, als nächstes. Ich habe mir ein paar gewünscht in der Tat, wo man gar nicht so schrecklich viel zu sagen kann. Ja, ja. Einfach nur, um so ein paar Sachen zu zeigen. Wenn ich dann bin, ist das das Nächste? Mhm. Der gute alte Xelodon. Xelodonsrache, ja. Jawohl. Wir sind jetzt 1990 geschrieben von Ralf Lavatsch und Arnulf Kölling. Ich habe mir den zweiten Teil, Die Verfolgung, angeguckt, denn dieser zweite Teil, Die Verfolgung, ist eine Reise. Ja. Es gibt sechs Zufallsbegegnungen. Es gibt eine Regel dafür, wann die stattzufinden haben, denn ich soll Würfeln und zwei davon passieren am Tag und zwar auf jeden Fall. Ja. Der Sinn von Zufallstabellen, as I see it, ist zu gucken, ob überhaupt etwas stattfindet oder nicht und dann was passiert. Hier passiert halt auf jeden Fall was, sodass ich dann die sechs Zufallstabellen, schnell Zufallsbegegnungen, schnell entzufallisiert habe, weil ich habe sie ja an drei Tagen fertig und dieses Abenteuer hat feste Begegnungen und es steht genau fest, was an welchem Tag passiert. Das heißt, auch das wieder komplett erzählerisch schrägstrich gescriptet als Reise ist angenehm geschildert. Ich finde allein die Illustration von dem Wollnashorn sehr, sehr großartig und möchte unbedingt, dass meine, ich kann das kurz irgendwie versuchen, vor meine Nase zu halten. Wunderschön! Sehr wollig vor allem! Wollig und Nashornig. Also Thema voll getroffen. Ja, für mich gar keine Reise, aber mit genügend Fleisch auf den Rippen, wenn ich das schön als Meister erzähle, dass es sich wie eine Reise anfühlt und nur ich werde erfahren, dass es überhaupt keine Reise ist. Siehst du mal, ich habe jetzt, ich habe hart überlegt, als du mir dieses Amt her genannt hast, hast du gesagt, wo wird denn da gereist? Aber ja, tatsächlich, die sind unterwegs. Was mir auch noch aufgefallen ist, völlig off topic, dieses Cover sagt dir überhaupt nichts über dieses Abenteuer. Gar nichts. Gar nichts. Das hat nichts mit dem Abenteuer zu tun. Ich weiß nicht, was ich da kriege, wenn ich das kaufe. Aber es ist immerhin besser als völlig irreführend. Ja. Aber eingeölte Recken. Ja, die können sie schon. Frauen in funktionalen Rüstungen. Ja. Ja. Ja, nee, du hast recht, also es ist halt so eine Episode, bei der eigentlich klar ist, wo man losgeht, wo man hin muss und eigentlich auch was passieren soll. Ne? Das nächste geht auch schnell. Da beleidigen wir schnell einen unserer Lieblingsmenschen und machen dann weiter. Moment, nein, ich glaube, du bist schon wieder... Bist du erst noch dran? Okay, gut, entschuldige. Dann bitte. Wir befinden uns bei Strom aufwärts aktuell. Ja? Ja. Ähm, lass mich gucken. Ich glaube, da, ja, hier, Strom aufwärts. Dieses wunderschöne Cover mit diesem dynamischen, Robin Hood-mäßig gekleideten Typen auf diesem, nicht ganz torweisch aussehenden, diesem schnittigen Flusssegler, sagen wir es so. Und der arme Moritz musste sich das vorher schon mal anhören. Ja? Und ich, ich sag's ganz hart, wie es ist, hier kommt ein Rent. Ich habe nichts, nichts Gutes über dieses Abenteuer zu sagen. Überhaupt nichts. Und es tut mir wirklich leid. Ja? Ähm, Spoiler Alert. Mann begleitet einen Typen, der so durchschnittlich und, und memmig ist, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Wie man selber. Viel schlimmer. Ja? Ähm, zu seiner, mehr oder minder zu seiner Braut. Ja? Ähm, und was auch schlimm ist, für, also, das ist Starnet Herr Sibbeling und die Braut ist Taker von Notmark. Und das Schlimme ist, man fährt auch noch nach Notmark. Notmark, der Ort, der überall beschrieben ist als der Arsch der Welt. Ja? Und, ähm, es ist, wenn man drauf guckt, heute natürlich eine wahnsinnig nostalgische Reise durch Bornland mit vielen wichtigen Locations und Themen, die da angeschnitten werden, ähm, man erlebt Festtum am Anfang, man hat, äh, eine Geschichte drin mit den Piraten am Born, man kriegt ein bisschen so ein Zipfel über Walzen mit, es geht in den Sumpf, es, äh, geht nach Notmark. Ähm, das Problem dieser, dieser Reiseepisode auf dem Born ist, es ist absolutes Railroading. Abweichungen, egal wie klein, sind einfach nicht vorgesehen. Es gibt unglaublich viele Vorlesetexte, die auch sehr lang sind, die einem ständig sagen, wie man sich fühlen darf. Ja? Das lieben wir ja alle. Äh, die Heldinnen haben eigentlich nichts zu tun. Und es macht doch eigentlich keinen Unterschied, ob sie da sind. Denn ihr Zutun hat auf die Handlung eigentlich keinen Einfluss. Und, ähm, äh, noch mal Spoiler zum Ende. Am Ende kommen sie dann da mit einem frisch verliebten Paar in Notmark an. Und, ähm, weil es bei Graf Uriel halt aussetzt, äh, dürfen sie dann mit dem frisch verliebten Paar eigentlich direkt wieder fliehen. Das einzige Positive, was ich gefunden habe, es gibt Sumpfranzen in diesem Abenteuer. Wir sind immer gut, tatsächlich. Ja. Und es gibt tatsächlich ein paar Zufallsbegegnungen, die man einbauen kann, die aber auch nichts ändern. Am irgendwie fortgehend dieses Abenteuers. Und, ähm, das Abenteuer, also, ich bin sicher, Leute haben das ganz fantastisch gespielt, haben ganz fantastische Momente mit diesen NSCs gehabt oder, oder das Bornland so kennengelernt. Aber, wenn man sich das durchliest, weiß ich nicht. Mir als Spielleitung geht da der Arsch auf Grundeis, weil ich mir halt denke, oh shit, wenn die Spiele denn hier nicht genau das machen, was vorgesehen ist, gibt das Probleme. Und, äh, sowas mag ich nicht so sehr. Ich finde, die Geschichte selber ist nice, die wäre aber in Form eines Romans viel besser aufgehoben gewesen oder, äh, irgendwie in einer Kurzgeschichtenserie oder so. Aber ich, äh, weiß nicht. Natürlich kann man sagen, ja, die Helden passen doch auf Stane auf und sind auch so mit der Grund, warum Stane und Telker da überhaupt zusammenkommen. Ja, Blödsinn. Also, da hätte jeder sein können. Beliebig. Jeder. oder niemand. Und das wäre genau so passiert. Und das finde ich halt schade. Aber ich glaube, ich bin gerade was auf der Spur. Und zwar scheinen, gerade jetzt so in dem Zeitrahmen, wo wir sind, die Abenteuer mehr zu versuchen, Regionen vorzustellen, als sie erforschen zu lassen. Ja. Sodass ich halt mit meinem Explorationshintergrund da oft einfach mit runtergelassener Hose da stehe und sage, oh, das ist aber merkwürdig. Da kann ich ja überhaupt nichts erforschen. Aber wenn ich es sehe als Vorstellung einer Region und denke, okay, dann muss ich mich halt darauf einlassen, irgendwie da mitzufahren. Und seien wir ehrlich, ganz oft, wenn du, in Abenteuerien gibt es ja ein gut ausgebautes Straßennetz. Wenn du von einem Ort zum anderen über eine Straße reisen kannst, darum solltest du dich durch den Wald schlagen. Also, das ist für mich absolut okay. Trotzdem, ich persönlich würde es einfach jedes Mal anders regeln, aber ich bin halt auch einfach ein anderer Spielleitungstyp. Aber ich habe gerade, glaube ich, für mich was gelernt und mitgenommen, auf jeden Fall. So über die 90er, frühen 2000er. Ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, Neuerforschung ist bei Stromaufwärts definitiv nicht das Ziel. Absolut nicht. Es ist tatsächlich sowas wie, lern das Bornland kennen, du kommst hier an wichtigen Leuten vorbei, du lernst auch wichtige Personen kennen, die später eine wichtige Rolle spielen, also, ähm, äh, Tjeka, ähm, die ist ja später dann Ardelsmarschallin, ähm, und der, äh, ja, Graf Uri von Notmark dürfte auch einigen Leuten was sagen. Stane, den kennt ihr ja, eingeweiht, der hat nicht so Karriere gemacht, äh, aber, ja, ist schön und ist nice und, wie gesagt, ich, ich will auch nie bei einem Kleinen reden, der in diesem Abenteuer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber ich finde einfach von der Anlage her ist es, ähm, ist es so hart geraten wurde, dass die Reise, ähm, ja, tatsächlich zu so einer, ja, Blätter durch den Bädecker trifft's ganz gut. Also, ich hab, ich hab früher, äh, äh, kleine Notiz, ich hab, äh, früher tatsächlich in, äh, in einer Buchhandlung die Reiseabteilung gemacht, ja, und die Bädecker, das waren immer so die, für Leute, die, äh, nichts zu Exotisches machen wollten, ein paar schöne Bilder, aber trotzdem ausführlich sich einlesen wollten. Ja. Es kam natürlich auch immer drauf an, welche Region das war, ja, aber, das, das ist so Bädecker, falls ihr die kennt, ähm, ja. Natürlich. Natürlich. Bist du ein Bädecker-Urlauber? Oder eher so? Nee, ich war tatsächlich viel zu lange nicht mehr im Urlaub, aber, äh, ich wäre sonst wahrscheinlich eher so, im, im, im höchsten Falle der Gefühle. Okay. Dann, äh, warte. Darf ich jetzt? Ja, Moment, ich weiß nicht, immer noch nicht, ich hab jetzt hier die Phileasonsaga, aber die können wir auch noch hinten schieben, die ist ja dreimal erschienen, nämlich 1990, 99 und 2009, und ich beziehe mich mit meinen Aussagen genau auf diese Ausgabe, 1999, das haben wir, heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, also, äh, äh, jetzt kannst du es hochhalten, ja. Nein, das eigentliche, genau, genau, das eigentliche, dann möchte ich hier gerne Staub und Sterne aufwirbeln. Ja, Thomas, es tut mir leid, ich, ich weiß von nichts. Ich hab das reingeschmuggelt. Ähm. Was? Nein? Hast du nicht, aber ich hab das Cover vergessen, aber ich besorg das. Erzähl. Pass auf, aber auch hier muss ich wieder was Gemeines sagen, aber das dann relativieren. Ähm, denn wir, haben hier das, die Abteilung, das Kapitel unterwegs, ab Seite 19. Und, ähm, jetzt können wir uns auf drei verschiedene Optionen bewegen. Sie werden alle drei genannt, auch mit genauer Route, mal Schiff, mal zu Fuß, oder Pferd, was auch immer. und dann wird aber nur eine davon ausgearbeitet. Äh, ich will halt irgendwie zum Gorischen Hochplateau und es wird dann gesagt, aber eigentlich, lass uns mal ehrlich sein, diese Straße, die da entlang geht, die ist doch total geil. Lasst uns doch diese Straße nehmen. Und auch mindestens 800, äh, namhafte Meisterpersonen sind der Ansicht, dass diese Straße total geil ist. Ähm, gut, und dann nehmen wir halt die Straße und da liegen dann die Begegnungen und Dörferchen wie auf der Perlenkette aufgefädelt. Alles ist sehr, sehr schön erzählt, liest sich angenehm, humorvoll, wie ein Roman. Ich bin jederzeit gut unterhalten, aber ich fürchte, es wird sich auch genauso spielen, zumal ich nicht gut genug bin, um das dann wirklich so schön szenisch, ambientisch rüberzubringen. Ich würde dann wirklich einfach größtenteils da Texte vorlesen und dann wäre das langweilig für uns alle. Wenn ihr selber das könnt, saucool, mir ist es nicht gegeben. Ich habe selber als Spielleitung gerne mehr Überraschungen, wo ich selber auch mal schnell denken muss, besser als, äh, was Tolles beschreiben. Und, ähm, es ist außerdem auch nicht viel los. Richtig was tun kann die Gruppe auch nicht. Wir haben viel Stimmung unterwegs, wir haben viel Infos, die die Gruppe dann später mal benötigen wird. Aber die hätte ich auch in einem zweiseitigen Handout oder im BDK mir durchlesen können. Und ich muss hier wieder eine Sache sagen, ich habe gerade, oder leite gerade, das, äh, Kalkamal-Kthulhu-Abenteuer aus den irgendwann 80ern. Das ist sogar noch viel schlimmer als das hier. Aber ich fürchte, die Gruppe hatte trotzdem Spaß. Ich habe das, ich mache sowas sonst nicht. Das ist nicht die Art von Abenteuern, die ich leite. Aber ich habe wirklich versucht, das für die angenehm zu gestalten und das gut rüberzubringen, leicht, stimmungsvoll, so gut es mir möglich ist. Und dann ist es auch ein Abenteuer, was in der Gruppe Spaß macht. Mir selber als Spielleitung treibt es einfach oft Angstweise auf die Stirn, weil ich denke, oh Gott, nein, wenn ich das jetzt spielen würde und ich würde genau riechen, dass ich da jetzt nur da lang gehen könnte, würde mich das wahnsinnig machen. Aber, ja, Thomas, ich weiß, du würdest das heute anders machen von der Struktur her. Ich vermute tatsächlich, dass es mit Platz auch zusammenhängt oder damit, dass tatsächlich wirklich dieser eine Weg sinnvoll war. Wo man sich gedacht hat, naja, man könnte ja nur was anbieten. Weiß es aber tatsächlich nicht. Das Abenteuer drumherum und deswegen war ich auch am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich meinte, hä, was will denn mit diesem Abenteuer? Aber ja, es gibt diese Reiseetappe, weil das Abenteuer selbst ansonsten gar nicht so reisig ist. Das Ganze drumherum, würde ich heute noch behaupten, ist ein Abenteuer, was relativ gut gealtert ist und gerade in der überarbeiteten Version, die ja quasi in die Bobrat-Kampagne, in diese Bibelausgabe wird eingeflossen ist, ist immer noch ein tolles Abenteuer. Also ich finde, das ist extrem gut gealtert und hat auch immer noch Dinge, sehr, sehr viele Dinge, die gut funktionieren. Ich habe auch nur über die wenigen vier oder fünf Reiseseiten gejammert und gemeckert. Das ist so ein absoluten starkes, spielbares Abenteuer. Genau. Nein, nein. Also das ist kein Reiseabenteuer in dem Sinne. Aber wir haben gesagt, wir suchen uns auch aus Abenteuern raus, die eine Reiseepisode irgendwie drin haben, was ist da gut und was nicht. Und Moos hat das rausgesucht, weil das halt für ihn ein schönes Beispiel war, was man nicht machen sollte, nämlich sagen, du kannst da lang, da lang und da lang und dann aber nur da lang das Erste beschreiben. Ja. Aber nee, ansonsten ist das Abenteuer sehr brauchbar. Also falls ihr das habt oder noch nicht gespielt habt, spielt das mal. Es macht echt Laune. Genau. Ist das Nächste von deiner Liste oder kann ich wedeln? Um Sterne. Nee, nee. Du kannst wedeln mit Achtung, Spinnenwarnung. Ja, Spinnen- und Schlangenwarnung. Deswegen wedel vielleicht nur kurz. Ich blende es vielleicht einfach gar nicht ein. Und Barbarenwarnung mit nacktem Oberkörper. Also ich wedel schnell. Ja, genau. Das ist im Dschungel von Kuhn-Kau-P. Ja. 1993, Stefan Blank und Ralf Lavatsch. Ralf Lavatsch kriegt oft einen abgelavatscht hier von mir. Aber das ist wahrscheinlich rein zufällig. Ab Seite 19 haben wir denn nämlich hier den Weg zu Kuhn-Kau-P. Und ich habe allein wegen des Covers dachte ich, das ist ein Abenteuer. Wir haben einen Dschungel. Wir werden erforschen wie die Verrückten. Es wird tierisch abgehen. Nein. Ich habe es mal geleitet. Also nein. Und zwar ist auch hier dieser Teil wieder eine Perlenkette von Kohop an in die Berge. Und dann habe ich gesehen, das sind gar keine Berge, das ist Dschungel. Aber die Karte sieht extrem nach Hügellandschaft aus. Aber es ist fetter Dschungel. Wir haben dann auf der Perlenkette aufgereiht einen verrückten Jäger, das Dorf. Wir haben Zufallsbegegnungen und Regeln für Erschöpfung. Ich mag das immer, wenn so Ressourcenknappheit irgendwie in Regeln gegossen und verwendet wird. Ich habe nachher was, das wirst du lieben. Ja, aber egal. Sehr schön. Wir haben Regeln für Orientierung und deren Verlust, auch sehr schön. Also die könnten sich theoretisch verlaufen. Wobei, man hat gar nicht die Karte, um sich anständig zu verlaufen. Selbst das Verlaufen wird nicht funktionieren, fürchte ich. Du kommst immer noch da an, wo du ankommen sollst. Ja, es ist keine Chance. Wir haben wieder ein Dorf, wir haben ein Lager, wir haben eine Brücke. Brücken sind immer gut. Brücken in Rollenspielen gefallen mir immer super. Und wir haben einen Schamanen. Und klassisch, viel Stimmung. Aber ich habe es mal Straighten Aufbau genannt. Denn es gibt kein Rechts und Links. Und hier haben wir jetzt keine verdammte Straße, wo es sich anbietet, diese Straße entlang zu gehen. Hier hätten wir einen Juggel, in dem man abgefahrenen Kram erleben könnte. Und deswegen hat mich das Cover und der ziemlich coole Titel total draufgeschickt. Und ich bin ein bisschen traurig hart an der Grenze zu wütend. So, Abenteuer. Ja, Jasmin sagt gerade, Ralf Laberich hat auch ein sehr cooles Reiseabenteuer gemacht mit Inliskas Fängen. Ich widerspreche. Also, der Reiseteil, ich habe mir den tatsächlich nicht nochmal angeguckt, aber ich konnte mir dieses Abenteuer nicht angucken. Weil dieses Abenteuer ist für mich eines der schlimmsten Abenteuer. Es hat nichts mit der Reise zu tun, sondern weil die ganze Prämisse des Abenteuers für einen Arsch ist. Also, du kriegst gesagt, das und das passiert. Du hast nur Probleme. Du hast Druck, weil dich jemand verfolgt auf dieser Reise. Das finde ich per se ganz gut gemacht. Aber, ja, ich fühlte mich verarscht von diesem Abenteuer, als ich das gespielt habe. Und später wurde ich gefragt, ob ich es leiten möchte. Ich habe es mir dann nochmal durchgelesen, habe mir das alles angeguckt und habe dann gesagt, nein, möchte ich nicht. Deswegen kann ich, habe ich wahrscheinlich so voll den Schalkarten weg und habe mir die Reise-Evision da gar nicht mehr angeguckt. Aber, ja, nein. Nein, aber ein kurzer Exkurs. Ich kann es mir mal ansehen. Ja, mach das mal. Ich bin sehr über deine Meinung gespannt. Das steht definitiv hinter mir, das weiß ich. Aber das gehört auch zu den Abenteuern, wo ich, glaube ich, noch nie reingesehen habe. Das habe ich nicht geleitet, nicht gelesen, nicht gespielt. Ich habe das gekauft damals, weil ich dachte, oh, Liska, oh, toll, das hat was mit Nibesen und Wölfen zu tun und so. Ja. Also, ja, ich will jetzt hier niemandem irgendwie das Abenteuer vermiesen. Guckt es euch an und verbildet euch eine Weide. Wenn das nächste von deiner Liste Philerson ist in 1999, dann wäre ich jetzt noch dran, richtig? Du bist jetzt leider noch dran. Also, du bist, was halt, nee, leider. Du bist jetzt noch dran und danach bist du leider immer noch dran. Ja. Also, das geht bei mir aber auch jetzt schnell. Das ist nur eine Sache, wo ich eine kurze Sache mit zeigen will. Und zwar mit der Spur in die Vergangenheit. Ja. Das ist auch, erwartet es bitte nicht, kein Reiseabenteuer. Obwohl das Cover irgendwie reisig aussieht. Das sieht aus, als würde es da schwer durch die Gegend gehen. Und zwar haben wir ab... Ach, das war groß, das ist so schön farbenfroh. Ja, ja, ja. Tada! So sieht das aus. Wunderschön. Sehr psychedelisch. Die Elo ist noch die gleiche. Ich habe das ja sogar hier in der noch mehr oder weniger vollseitigen Aussage. Die noch psychedelischer, ja. Genau. Nee, hier wollte ich nur zeigen, hier ist eine Reise. Und zwar ab Seite 10 gibt es von Vinsalt nach Veliris. Und das ist jetzt komplett erzählerisch geregelt. Da gibt es keine großartige Karte zu. Da kann ich nicht irgendwas machen. Wir haben Tag 1, da passiert das. Tag 2, da passiert das. Tag 3, da passiert das. Und was passiert ist, an Tag 1 gibt es zwei böse Typen, die so tun, als wären sie gute Typen. Aber jeder, alle Leute, egal wie clever sie sind, merken, die haben was vor. Am zweiten Tag bin ich an und in einem Dörfchen. Das ist voll langweilig. Und am dritten Tag passiert eigentlich nichts, außer dass ich mein Ziel sehen kann. Diese vier Seiten kann ich auch weglassen. Das will ich nicht. Ich will diese Reise nicht. Die Reise will dich auch nicht. Johann, es tut mir leid, aber deine Reise und ich, wir wollen uns gegenseitig nicht. Nein, nur mal so als Beispiel dafür, wie dann halt schnell irgendwie eine Reise abgehandelt werden soll. Aber dann brauche ich es auch wirklich nicht. Ganz ehrlich, wenn da sowas bei rumkommt. Ich kann auch zum restlichen Abenteuer nicht sein. Das mag das Beste des Abenteuers des Universums sein. Ja, nee. Aber diese Seiten gehen nicht. Das ist unnötig. Ja, Spur in die Vergangenheit. Und du meinst, ich darf jetzt noch weitermachen? Ja, du darfst noch einmal. Dann machen wir vielleicht die Filets und Kampagne. Also das nächste jetzt. Ich könnte jetzt eigentlich auch aufs Klo gehen. Das wäre ein top Zeitpunkt. Aber okay, pack hoch. So, ich habe das tolle Finsternis. Wir sind wieder bei Ralf Lavatsch. Es gibt ein wunderschönes, ich muss kurz Werbung machen. Es gibt ein wunderschönes Let's Play auf unserem Kanal zu diesem Abenteuer, wo die alle Spielen wirklich verzweifeln. Die Spielleitung auch. Ja, und hier ist wieder was Neues und zwar was, was ich gar nicht leiten oder ich darf endlich mal meistern sagen, was ich nicht meistern könnte. Den Reiseteil ab Seite 12 von diesem Teil könnte ich nicht. Wenn der komplette Tross einmal durch die komplette Wallachpampa im Kreis reist, um durch 10 Millionen Baronien zu wandern und sich huldigen zu lassen oder was auch immer zu tun. Das könnte ich nicht. Pass auf. Ich habe aufgeschrieben. Auf sieben Seiten reist hier der Tross von Gareth über Puni nach Kubrat, wieder über Angba und Gareth nach Romilis. Es ist komplett erzählerisch. Es wird genau beschrieben, was abgeht. Welche Baronien bereist werden, immer in so kleinen, hilfreichen Boxen, die mir überhaupt nichts helfen. Denn ich müsste vorher 700 Regionalbände lesen, ausfindig lernen, um das halbwegs leiten zu können. Als Highlight bei dieser Reise treffen wir Roaya. Aber es passiert nichts, gar nichts. Ich bin sicher, auch hier wieder Leute, die Aventurien wie ihre Westentasche kennen, die die Geschichte perfekt kennen, könnten da vielleicht was Interessantes draus machen. So ein bisschen Region Hopping mit ein paar Berühmtheiten treffen. Aber da ist kein bisschen Abenteuer drin. Wahrscheinlich kann man da eine halbjährige Kampagne draus machen. Aber es ist nichts los. Nichts. Ja, also, ich verlinke einfach mal das Let's Play, falls es jemand sich wirklich angucken möchte. Das ist der Link zum ersten Teil. Ja, viel Spaß. Ich kann, Jasmin hat auch gesagt, ich kann nichts Gutes zu Teil der Fissinnes sagen. Oh, und wenn das schon nicht drin ist. Ja, das, ja, ja. Also, ich habe nicht erwartet, dass die Reise-Episode da irgendwie besser ist als der Rest von Abenteuern, der auch größtenteils tatsächlich gescriptet ist. Also, da passieren Dinge. Und es passieren Dinge. Oh, passieren da Dinge. Und auch da gibt es viele, viele lange Vorlesetexte. Ja, man merkt da so eine gewisse Tendenz an, so eine gewisse Abneigung gegen sowas. Ich mag Vorlesetexte tatsächlich. Also, ich bin nicht eigentlich Vorlesetext. Ich finde Vorlesetexte super, um eine Szene einzuleiten für Leute, die nicht so geil mit Worten sind. Oder einfach generell, es ist Handy, sowas zu haben. Wenn die dann eben nicht drei Seiten lang sind. Oder meine Figur vorschreiben, was sie fühlen soll. Oder was sie tun soll. Ist auch geil. Ja, ihr geht dann mit dem mit. Und nein, Mann, ich gehe nicht mit dem mit. Ich bin nicht der, das hier ist kein Zelda-Spiel. Ich bin nicht der wortlose Held, der zu allem immer, oh ja, okay, ich rette deine Hühner. Kein Problem, Mann. Ja, ich will da mitreden dürfen beim Rollenspiel. Und das macht auch dieses Abenteuer sehr oft so, dass man da einfach nicht mitzureden hat. Aber wir sind bei Reisen. Und deswegen reden wir jetzt, jetzt endlich. Über etwas, was auch keine Reise ist. Über etwas, was eigentlich auch keine Reise ist. Aber ich fahre mal und du, das ist dein Ding. Aber es wird verdammt viel gereist. Genau. Ich habe da einzelne Episoden gespielt. Ich habe von den Romanen die ersten drei, vier gelesen, obwohl der erste mich nach wenigen Seiten fast schon maximal abgeschreckt hatte. Also von den neuen Romanen jetzt dazu. Gehen wir nicht drüber, ja. Aber ich habe da nicht den Gesamtüberblick, außer dass ich weiß, dass es tatsächlich fast sogar eher eine Reise in die Geschichte als durch die Gegend ist. Genau. Aber um jetzt mal hier, damit du nicht nur wieder sagst, oh, Ivi, seit dem Thema verfehlt, sechs, ja? Nein, nein, nein. Pass mal auf, ich habe hier was vorbereitet. Das ist die Reiseroute. Ja. Wir fangen hier oben links an, so bei Torwahl. Und dann geht es an diesen gestrichelten Linien entlang. Warte eine Sekunde. Ja. Es ist kein Disrespect, aber ich muss gerade mal den Hund aus dem Keller rauslassen. Der steht kritisch, guckend vor der Tür. Ein Problem. Es liegt nicht an Phileason. Ja, ja. Bye, Wurrits, bye. Ja, genau. Ihr seht hier rechts. Und jetzt geht er natürlich, weil er hier, weil er natürlich denkt, ja, ja, lasst die Alte labern. Gut, dann labert die Alte halt. Ihr seht, die Reise, der ist ja flott. Meine Fresse. Ein Turbohund. Ein Turbohund. Ja. Ich sagte, hier auf der rechten Seite sieht man sehr schön die Reiseroute. Also es geht da los bei Torwahl. Dann geht es ganz weit oben in den Norden. Dann irgendwie so durch den Norden mittig durch. Dann nach unten um Maraskan einmal rum. Und durch die Mitte des Kontinents. Und dann, ja, verläuft sich die Linie da so. Sagen wir jetzt nichts zu. Aber allein deswegen würde ich behaupten, es ist schon auch ein Reiseabenteuer. Reisen ist nicht die Hauptsache. Aber man ist verdammt lange unterwegs. Verdammt lange auch per Schiff unterwegs. Aber es ist nicht nur ein Seefahrtsabenteuer. Sondern man hat auch Episoden, wo man ins ewige Eis muss. Eventuell auf Schlitten oder so. Das wird einem auch relativ freigestellt, wie man das dann macht. Man kann sich durch den Dschungel kloppen. Man kann durch verschiedene Landschaften reisen. Und sogar durch verschiedene Globulen. Letztendlich auch. Also ich würde sagen, man kommt rum. Und es waren ja vorher ein ganzer Arsch voll Abenteuer. Die dann mehrfach zusammengefasst worden sind. Zu Sammelbetten. Also dreimal, ich glaube, 90, 99 und 2009. Und man kommt rum. Also es wird definitiv gereist. Auf sehr, sehr vielen Seiten. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Seiten das Ding hat. Aber viele. Und ganz viele Menschen sagen so, Mensch, die viele hier sind. So ein, sage ich ja, voll ikonische Abenteuer. Super. Riesenspielspaß gehabt. Wenn man sich die Reisenepisoden anguckt, ist es halt tatsächlich oft so, dass man auch nicht wirklich viele Möglichkeiten hat, wie man von A nach B kommt. Für die Leute, die es nicht kennen, die grundsätzliche Idee ist, dass man da ein Wettrennen fährt. Also es ist quasi 80 Tagen um Aventurien. Man begleitet einen Kapitän. Der heißt Phileason. Auch der Fogwulf genannt. Und der hat mehr oder weniger herausgefordert. Es gibt noch so einen Typen, der heißt Beyond the Blender. Und die sind beide der Meinung, sie sind die krassesten Seefahrer. Und die brechen dann auf eine Wettfahrt auf. Und ja, die Frage ist jetzt schon so, wie kommen Helden da ins Spiel? Und die werden quasi in Phileasons Mannschaft gedraftet. Und sind dann Teil der Crew. Und der Moritz, glaube ich, hat vorhin schon gesagt, ja, es ist immer so ein Problem. Oder hatte das Nico gesagt, wenn man auf einem Schiff ist, ist man irgendwie so immer so der Minion vom Käpt'n. Und ich glaube, das kommt bei der Kampagne sehr darauf an, wie man das leitet. Wie sehr man da der Minion vom Käpt'n ist. Und es gibt einen Grund, warum Phileason in unserer internen Patreon-Runde inzwischen ein Wellensittich ist. Damit er da nichts mehr melden kann. Und die Protagonistin der Geschichte tatsächlich die Spielfiguren sind. Und ja, es ist auch sehr gescriptet. Man hat wenig Variation an vielen Stellen, wo man hin kann. Weil es gibt immer so eine Prophezeiung. Und da muss man dann halt irgendwas machen. Man weiß grob, wo es ist. Und das Abenteuer, obwohl es so viele Seiten hat, gibt einem selten mehrere Möglichkeiten, wie man da hinkommen kann. Sondern meistens halt eine. Es gibt aber auch, bevor ich jetzt hier bevor ich jetzt hier sage, oder alles kacke. Es gibt aber auch Teile des Abenteuers, die das nicht tun. Und die wiederum, finde ich, jetzt unter dem Aspekt der Reise betrachtet. Nicht den ganzen Rest der Kampagne. Relativ gut. Und zwar zum Beispiel gibt es hier, wenn ich mal ein. Auch aus der überarbeiteten Version. Die Sargasso-See. Das ist so ein tankverseuchtes Meer. Und da gibt es sehr viele variable Elemente. Zum Beispiel. Ich kann mal gucken, ob ich auf die Karte ein bisschen reinzoomen kann. Da haben wir die Akkus. Wie geht es uns hier eigentlich? Dann blenden wir vor allem den Moritz wieder ein. Nein, alles gut. Ich bin zufrieden, wenn man nur meine rechte Prinzessin Lea-Hälfte sieht. Aber dann kannst du staunen. Weil das müsste dich doch eigentlich total geil machen, was du da siehst. Oder? Wir wollen es nicht übertreiben. Ach so. Entschuldigung, wir sind hier auf Twitch. Aber ja, also du siehst tatsächlich eine Karte mit erforschbaren Elementen, die man anlaufen kann. Und Locations, die beschrieben sind. Aber gibt es denn Regeln, die mir sagen, wie weit ich komme und was ich sehen kann und so? Also, es gibt so, es ist ein bisschen vage gehalten an manchen Stellen. Aber du hast hier zum Beispiel, kann man sehen, so verschiedene, wie komme ich da durch? Wie weit kann ich mich da fortbewegen? Was passiert da und so? Also es sind schon Ansätze von dem, was du dir wünschst, vorhanden. Würde ich sagen. Dann war es wohl ein Fehler, dass das genau gestern für 102 Euro bei Ebay weggegangen ist. Oh nein. Was hast du getan? So ein Unglück. Aber da habe ich halt, da habe ich dann halt gesagt, oh cool, das sind eigentlich Elemente in dem Band, von denen ich mir mehr gewünscht hätte. Also es gibt, es gibt ein paar. Ja, es gibt ein paar. Aber vergleichend mit der Dicke der Kampagne ist sie dann doch halt sehr erzählerisch abgehandelt. Es gibt inzwischen auch eine sehr erfolgreiche Romanreihe bei Heine zu dieser Phileas und Saga. Und tatsächlich funktioniert vieles als Roman, behaupte ich, besser als als Abenteuerkampagne. Einfach, weil man da sich nicht so als Nebenfigur fühlt. Man liest es ja nur. Das war mein Hauptproblem mit der Kampagne, als ich die gespielt habe. Die Reise selber habe ich als extrem bereichernd wahrgenommen, aus Spielerperspektive, weil man sehr viele Gegenden von Aventurien kennengelernt hat. Und damals, als die tatsächlich das erste Mal rausgekommen ist, waren viele dieser Gegenden nicht so beschrieben, wie die das heute sind. Also das war damals wirklich so, ah, wow, okay, cool, hier sieht es so und so aus und hier passiert das und das. Also das war schon damals bahnbrechend, will ich fast sagen. Als ich noch jung und intolerant war, hätte ich sowieso gesagt, dass sämtliche DSA-Abenteuer der 90er-Romane waren. Aber das sehe ich heute nicht mehr komplett so. jetzt, wo ich alt und flexibel bin. Ja, aber genau das zum Beispiel, was Jasmin sagt, was Jasmin sagt, ja, sie sagt, es ist auch hier das, was zu Frustration führt, wenn man denkt, für Seefahrende, Wetterzauberer und so hier Spotlights zu bekommen und dann immer wieder enttäuscht zu werden. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn ich Leute spiele hier, die wahnsinnig erfahrene Seefahrende sind oder auch geländekundig, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden dabei habe, der sich im ewigen Eishuppe auskennt, es verschafft dir nicht wirklich einen Vorteil, weil das nicht wirklich verregelt ist, wie du vorankommst, weil halt vorgesehen ist, du kommst dann an und du kriegst dann zum Beispiel auch gesagt, ja, Beon kommt da vor dir an, der ist schon da oder Beon ist halt, ist halt, kommt hier halt nach dir an oder Beon hat die Station ausgelassen oder so und du so, hä, was, der mogelt. Ist halt so, ne, und das ist halt, ähm, ja, aber das, wie gesagt, das geht, das geht so weit, wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit der Reise, und bei der Reise hier kann ich wie gesagt sagen, ähm, man reist, man sieht viel, also, ähm, definitiv, die, die, der Sighting-Faktor ist extrem hoch, aber tatsächlich, wie du auch gesagt hast, oft reist man auch ein bisschen durch die Vergangenheit und sieht halt Dinge, die natürlich unglaublich cool sind, wie irgendwelche alten Hochelfenstädte, ja, cooler Shit oder sowas wie Inseln im Nebel, huiuiui, aber, ja, mei, das, äh, gucken wir später noch mal drauf zu sprechen, auf, äh, äh, Highlights der aventurischen Geografie, nichts gegen ein bisschen Sightseeing, nein, 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 nichts gegen ein bisschen Sightseeing, es geht noch schlimmer, ja, äh, äh, wie viele sind Saga? Was ist das Nächste? Bin ich jetzt mit 2001 dran? Ist das okay? Ja, nee, 2000. Oh, was hast du denn für 2000? Ach so, ja, du hast, du hast falsch sortiert und du, du, oh, der liest meine liebevoll angefertigte Lisse nicht. Ja, das war ein Dokument, das hätte ich aufmachen müssen, das ist schwierig von meinem, äh, Laptop-Discord aus, der macht dann nämlich immer den Firefox an, oh nein, um die Sachen, um die Sachen zu öffnen und dann muss er, weil ich den Firefox seit Millionen Jahren nicht benutzt habe, muss er viele, viele, äh, Dinge neu installieren, nein, ähm, okay, was kommt jetzt? Erzähl. Was kommt jetzt? Reise zum Horizont, wir befinden uns im Jahre 2000. Ach so, ach so, das hatte ich unter, unter Jenseits des Horizonts später diskutiert, unauffällig. Ja, genau, ich habe jetzt hier beide Cover mal eingeblendet, das, äh, in der Mitte zwischen uns ist die Ur-Version von Anton und das hier unter mir ist Jenseits des Horizonts, das ist die Neuauflage, die ist damals bei, ähm, also für Myron nur erschienen, tatsächlich, und die war leicht erweitert, sehr dick, sehr dick, ja, genau, das Reise zum Horizont war so ein überschaubares Heftchen und das, äh, behandelte auch eine Reise und zwar die Reise ins ferne Güldenland nach Myron nur, das war quasi das Überfahrtsabenteuer, um da hinzukommen und dann da auch zu spielen, ja, und man ist auf einem Schiff, wer hätte das gedacht, und, ähm, auch hier kann ich nur sagen, dass die Reiseaspekte des Bandes sich im Wesentlichen, also wir reden jetzt von der Reise zum Horizont, in Jenseits des Horizonts ist es noch ganz krass aufgebohrt worden und da ist noch irgendwie halb Myron noch mit drin, ähm, das war auf Reise zum Horizont deutlich kompakter, ähm, man ist die meisten Zeit auf einem Schiff, ähm, mit Leuten auf diesem Schiff, das heißt, das Setting ist erstmal sehr beschränkt und man ist auf einer Route X und die Route ist eigentlich auch vorgegeben, man segelt gern Westen, man kommt an bestimmten Dingen vorbei, das ist alles extrem unterhaltsam und es passieren auch auf dem Schiff Dinge, da will ich jetzt nichts zu spoilern, ja, also, ähm, das ist spannend, äh, beziehungsweise der, der Plot hat mich manchmal so ein bisschen zum Weinen gebracht, aber das ist jetzt hier nicht Thema, ähm, man kommt an Dingen vorbei, ich fand das damals extrem spannend, als ich das gespielt hab, tatsächlich, also, ähm, weniger das, was auf dem Schiff selber passiert, aber immer, wenn es irgendwie ein Ereignis gab oder es gab einen Sturm oder es, man ist irgendwo vorbeigekommen, also wie auf den Singenden Inseln heißen sie, glaube ich, ja, und, äh, später dann in Myrano angelandet und Problem und hier und da, ich fand das sehr spannend und, ähm, wir haben mit der, äh, erweiterten Ausgabe tatsächlich gespielt, jenseits des Horizonts, diese Überfahrt, ich hab auch Teile davon gar nicht mitbekommen, weil ich zwischenzeitlich weggezogen bin, ja, von meiner Rollstuhlgruppe, da gab es noch kein Zoom und so und dann bin ich zwei Jahre später wieder nach Frankfurt runtergezogen und dir ist gar nicht aufgefallen, dass du nicht da warst? Nein, aber die waren immer noch auf diesem Schiff, ja, also, das war, ähm, und, äh, ja, das ist auf jeden Fall, äh, nett, aber wie gesagt, auch da ist die Reise hart gescriptet, wenn man dann in Myrano ist, hat man so ein bisschen mehr Optionen, wo man hin kann, weil man bestimmte Probleme lösen muss oder bestimmte Sachen muss, aber auch da ist so eine bestimmte Reihenfolge eigentlich ideal. Es gibt jede Menge optionale Sachen, was ich gut finde, ja, aber es ist halt schon so ein bisschen so, das funktioniert in einer bestimmten Reihenfolge und anders halt nicht, aber generell die überarbeitete Auflage kann ich einfach empfehlen, weil scheiße viel Zeug drin ist und man halt auch äh, am Anfang Myrano so ein bisschen kennenlernt als aventurische Person. Ja, ähm, ich hab tatsächlich da nochmal heute durchgeblättert, weil ich das jenseits des Horizons, ich hab's bestimmt sogar irgendwie aus Versehen noch korrigiert oder sonst was, äh, lektoriert angeblich sogar. Ähm. Ach so, ja, Vorteil. Das ist, das ist aber drei Millionen Jahre her, ich hab heute nochmal durchgeblättert und jetzt hab ich nur gesehen, dass hier Tränen auf meinen Notizen sind, also so Wasserflecken, denn ich hab da einfach nur geschrieben, das wäre perfekt als Seeheckscrawl gewesen und, ähm, das gilt für das Übernächste, worüber wir sprechen auch, ähm, ja, ich weiß, dann würde diese erzählerische Wucht fehlen und viele geile Sachen wären nicht da, aber überleg doch mal, so eine, so eine AbenteurerInnen- Gruppe, die, äh, die das Kommando über so ein Schiff haben und die dann neue Dinge entdecken, erforschen, erobern, ach, wär das schön gewesen, aber, ähm, da war DSA 2011 noch nicht, wobei, wir werden gleich sehen, vielleicht schon. Ja, vielleicht schon, okay, wir, äh, wir verabschieden uns von, äh, von den gestahnten Myranors und gehen jetzt in ein anderes Gewässer. Rumpeln um Maraskan herum, meinst du? Genau, genau, auf jeden Fall, genau, und zwar die blutige See. Die blutige See. Haben wir auch schon das Cover besprochen, mit diesem verwirrenden Herrn rechts vorne. Ja, und wir spielen das gerade, und ich, äh, ich habe extra gesagt, ich erinnere mich ein wenig aus diesem Abenteuer zum Glück, denn das heißt, dass ich es auch so nochmal spielen kann, aber ich habe das tatsächlich mal geleitet, aber, ja, der Film wurde überbelichtet, wie immer. Und das ist, ich, es ist ja, glaube ich, sogar anerkanntermaßen eines der freien und guten DSA-Abenteuer nach diesen beiden großen, riesen Einstiegskapiteln, die, die möglicherweise die Gruppe spielt, ähm, aber dann wird um Maraskan herum gereist, und, ähm, ich muss direkt sagen, ich habe hier Probleme mit der Struktur gehabt, ich musste mich da sehr, sehr lange einlesen, ähm, alleine, um zu verstehen, wie ich das leiten können soll. Wenn ich das geschafft habe, dann fehlen mir zwar immer noch Bewegungsregeln oder sonst was, aber die werden ganz sicher in einem der vielen Bücher irgendwo hinter mir im Regal drinstehen, wenn ich die denn unbedingt haben möchte, ähm, aber es lohnt sich total und es passiert cooler Kram, wenn ich, äh, auf der Seeadler von Beilung oder auf der Gezeiten spinne und später Spoiler auf, äh, der Dämonen-Arschel Ich hab, ich hab, ich hab, du hast nur Arsch gehört, Nein, ich hab doch, ich hab Kopfhörer drinne und halb mir die Ohren, das hilft natürlich total viel. Ja, das oder auf der Perlenmeer-Prinzessin, ja, wir fahren auf der Perlenmeer-Prinzessin in unserer Kampagne, falls sie es euch noch nicht angeschaut hat, ich bin der Kapitän, nein, eigentlich nicht, aber ich bin Prinzessin und ich darf sagen, wo wir langfahren und das ist nicht immer gut. Nein, also, das ist definitiv stark, aber man hätte das auch schon 1982 mit einer sinnvolleren Struktur versehen können, die besser zu überblicken gewesen wäre, aber wahrscheinlich ist es auch einfach nur meine Gewöhnung und meine Betriebsblindheit, aber das ist gut gemacht und wir sehen, dass auch halbwegs freie Seherkundung im Pirates auf dem CR64-Style geht. Also, Blutige See, bisher eines so der Top drei, vier Sachen, die wir heute vor der Linse hatten. Ja, ob das eine Reise ist, ist es halt eine Erforschung, eine Erkundung und dann passt das für mich. Gut gemacht. Also, wie gesagt, ich hab's mir jetzt im Detail nicht nochmal angeguckt, weil das wäre irgendwie kontraproduktiv. Ich bin froh, dass ich so viel vergessen habe, aber das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die ich sehr positiv in Erinnerung habe an diesem Abenteuer, ist halt, dass du relativ frei bist, wo du hingehst und was dann da passiert, dafür bietet dir das Abenteuer was. Was die Regelwünsche, die du geäußert hast, angeht, ja, das ist nicht im Abenteuer, aber Effards Wogen hat zum Beispiel solche Dinge. Das ist allerdings, ich glaube, sechs Jahre nach diesem Abenteuer herausgekommen. Deswegen, aber heutzutage könnte man das zum Beispiel super kombinieren mit entsprechenden Seefahrtsriegeln und regelnden Fortbewegungen und hast du nicht gesehen und bummst die Kuh, wenn du das möchtest. Oh mein Gott, hab ich gerade, ich sag's nicht nochmal. Ich hätte auch nicht gefragt. Gut, warum hab ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Danke, Gehirn, an dieser Stelle. Ja, und ja, also wie gesagt, wir spielen das gerade, wir spielen eine sehr, sehr eigene Version davon. Also die ist speziell, aber sehr nice. Guckt euch, guckt euch, guckt da auf jeden Fall mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wir haben die Perlenmeerprinzessin. Das ist quasi das Areturische Love Boat. Sehr soapig, habe ich das erwähnt. Ja, aber blutige See, hat der Anton fein gemacht, hat auch der Anton gemacht, ne? Ja. Ja. Ja, das davor übrigens auch. Also zumindest den einen Teil. Den einen Teil. Zumindest den einen Teil. Im Gegensatz des Horizonts sind wahrscheinlich sonst ungefähr 95 Prozent nicht von ihm, aber der eine Teil. Genau. Als nächstes in meiner Liste habe ich ein Abenteuer, das skippen wir jetzt einfach. Ich bin gespannt. Nein. Ich hätte das jetzt aus Zeitgründen übersprungen. Ja, dann tu es. Ja, also es war drei Millionen Dukanen, auch für Anton. und da gab es ähnlich, das wollte ich damals gerne Vergleiche verglichen haben mit anderen Reise- und Beschützdinge, Szenarien, das hat das halt ganz gut gemacht. Tatsächlich, man begleitet Staubrand auf einem, auf der Verlagerung größerer Mengen Geldes von Festtum nach Garret und da passieren auch Dinge, ist auch größtenteils geskriptet, es gibt nicht so wahnsinnig viel Variant, aber tatsächlich finde ich da den Plot sehr fesselnd und deswegen merkt man einfach gar nicht so wirklich, dass man da auf Schienen sich fortbewegt und der Plot ist wirklich sehr spannend und ja, aber es gibt halt natürlich auch so Herausforderungen, scheiße viel Geld zu transportieren und das weiß ich nicht, fand ich sehr angenehm, sowohl zu spielen, als auch zu leiten, aber ja, also groß rum kommt man da jetzt auch. Wollte ich nur erwähnt haben, unter, also so keine Ahnung, unter ferner Liefen und ich glaube, jetzt hast du so einen echten Aufreger, ne? Nein, ich bin ganz ruhig. Was? Du bist ganz ruhig. Ich kann kurz mit an fremden Gestaden den ersten Uturia-Band wedeln und dann sagen, dass wir ja irgendwie beide was damit zu tun hatten beziehungsweise ich doch nicht. Erzähl, ja genau, erzähl doch erst mal du, dann erzähl ich. Ich mache die tragische Kurzform. Prometheus wollte, sollte und durfte ja die Uturia-Gegend, Region, Südkontinent beschreiben, wo ich mit einigen anderen in der Redaktion gewesen wäre und wir hatten auch erste Pläne und aus Gründen, wie auch immer, kam es dann nicht dazu, aber ihr werdet es ahnen, mein großer Traum war es, das Südmeer frei zu erkunden. Exploration. den Nordteil von Myrano, den Nordteil von Uturia frei erkunden, gucken, was ist da alles los, mit einer komplett weißen Karte loslegen, vielleicht eine kleine Küstenlinie dort, wo das Boot an Land ging. Auch da wäre natürlich dann das Boot, je nachdem, dort an Land gegangen, wo das Boot auch an Land gegangen wäre und nicht da, wo das Boot an Land gehen muss. Nur mal so, also das wäre mein großer Traum gewesen. Der ist aus mehreren Gründen gescheitert. Wahrscheinlich war, der sah auch 2012 noch nicht so weit, um so etwas zu ertragen. Es wäre einfach unfassbar schön gewesen. So hat dann den Band doch der berühmte, legendäre und wirklich sehr nette Achselspur ohne H geschrieben. geschrieben und einige Passagen wurden von einer gewissen Frau Demirtel von einem Herrn Unteregger und von einer Frau Bering geschrieben. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was ich in diesem Band geschrieben habe. Das geht mir auch ganz auf so. Also ich bin ziemlich sicher, ich habe irgendwas in diesem Band geschrieben, aber ich könnte dir, selbst wenn ich es lesen würde, wahrscheinlich nicht mal mehr sagen, was. Weil so ist es halt wirklich ein cooler, ich sage mal, wilden Band oder sowas, aber halt, wir haben einen Wüstendschungel, wir haben ein Südmeer, was irgendwie nicht so ganz frei erforscht, aber irgendwie erforscht wird. Vielleicht hätte man da sein Know-how zusammenschmeißen sollen an diesem Punkt, weil meine Schwäche sind definitiv coole Texte und geile Hintergründe zu schreiben. Aber ich hätte definitiv Spaß gehabt, da interessante Dinge passieren zu lassen und das wäre das perfekte Buch geworden. Mein Gott, wäre das gut geworden. So ist es auch gut, aber so ist es halt eine andere Art von Reise, als ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. Es ist, also es gab damals, als das Buch, also man muss dazu sagen, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, was ich daran geschrieben habe. Es war eine unglaublich stressige Zeit damals. das kam zurück zum Verlag Auturia und es war so, ja, okay, was machen wir jetzt? Und du hast echt viel zu tun in der DSA-Redaktion und dann auch so, ja, machen wir einen neuen Kontinent, ja, machen wir einen neuen Kontinent. Und ich meine, natürlich hat da jeder Bock drauf und so, weil neuer Kontinent, aber es leidet halt schon so ein bisschen unter dem Rest, würde ich behaupten. Und einer der Hauptkritikpunkte an diesem Abenteuer damals, als es erschienen ist, war, ja, geil! Und, ähm, da fährt man dann und ist dann plötzlich schon mitten im Südmeer und dann, ähm, passieren da Dinge und dann auf einmal zack ist man in Noturia. Also so irgendwie, äh, wirklich wichtige Etappen der Reise werden einfach völlig übersprungen. Und das ist richtig. Das ist so. Es gab, glaube ich, ein Supplement dazu. Also es gab ein PDF, ein Ergänzungs-PDF mit weiteren Inhalten. Ich finde, das hat den Abenteuerband aufgewertet, auf jeden Fall. Aber, ja, also es war völlig berechtigte Kritik, dass da Teile einfach der Reise völlig fehlen und das dann irgendwie so quasi, es wird dunkel und dann wird es hell und plötzlich, zack, bist du irgendwo komplett woanders. Ähm, das haben sich wahrscheinlich viele Leute nicht so vorgestellt. Kann ich auch total verstehen. Und, ähm, ich hätte die Idee von freier Forschung tatsächlich sehr nett gefunden. Ich habe sehr viel mitgeplant an dem, was tatsächlich Uturia dann hatte, aber ich habe hauptsächlich tatsächlich so Sachen gemacht wie Kulturen oder, ähm, ich habe tatsächlich Regeln gemacht für Professionen. Hab ich gehasst. Wer macht denn sowas? Ja, das ist so, du hast so eine riesen Rechentabelle und rechnest dann aus, oh, der kann das, der kann das, was kann ich hier noch optimieren? Aber, ähm, ja, und ich war bei sehr, sehr vielen Meetings dabei und hab, und ich hab mir die Titel von dieser Regionalkampagne ein Fall, weil ich auf so einem Pipe-Trip war, auf so einem ganz harten Pipe-Trip und ich irgendwie so, die grüne Hölle, geil, wir müssen irgendwas schreiben, was die grüne Hölle heißt. Es war, ähm, ja, auch haben die mich gehasst und dann ich so, der Fluch des Blutsteins und der Gott der, was auch immer, ja, das stand fest, lange bevor feststand, worum es in diesen Abenteuern geht. Die Xoate, sagt der. Ja, ja, aber damals wussten wir noch nicht, dass es die Xoate-Trip gibt und dann war so, und nein, und ich hatte wirklich, wir hatten wirklich dann, das waren so Titel, die, die standen dann irgendwann fest, so heißen die, ne, der Gott der Ba-Ba-Ba und nur weil, weil, ja, ich hab so einen harten Pipe-Trip geschoben zu der Zeit. Ja, aber Astral, also mit bei den Titeln wär ich auch dabei gewesen. Auf jeden Fall, ich fand, fand auch, also ich würde jetzt nicht sagen, die waren das Beste an der Kampagne, das stimmt nicht, aber, äh, ja, ja, ich fand die auch gut, ähm, ja, aber an Fremden gestanden war halt so irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Ist die grüne Hölle nicht auch ein Teil vom Nürburgring? Ich muss das gleich mal nachsehen. Das weiß ich nicht. Ich mein, das wäre, das wäre so ein unerfreulicher Teil. Ach, guck mal, da kommen, da kommen Menschen vom, vom Steffen rüber, hallo, hallo, ihr lieben Menschen von Oh, hi. Hallo, hallo, wir reden über alte DSA-Abenteuer und neue DSA-Abenteuer und zwar ganz speziell Reise-Abenteuer und, äh, was wir daran gut finden oder auch gegebenenfalls nicht so gut finden. Und ihr seid pünktlich zum ziemlich vorletzten Band, den wir uns ansehen. Ist das so? Ja, schrecklich viel kommt nicht mehr. Also, ich finde, da kommt noch ein bisschen was. Okay. Aber, okay, okay, wo sind wir deiner Meinung nach? Ne, bei mir kommt nur noch eins, deswegen, äh, du hast jetzt die volle Gewalt über alles. Ich nicke dann meistens. Nicke holt voll. Okay, was ist denn auf deiner Liste das nächste, äh, lass mich gucken, an fremden Staten. Ich muss gerade den Chat korrigieren, das ist kein bisschen ein Moritz-Runt, ich finde mich viel freundlicher als dich heute. Aber, danke. Nice. Nice. Äh, ich hab tatsächlich Angst auf deiner Liste, was du wahrscheinlich auf deiner Liste nicht hast und zwar ist das Ross here. Das Buch mit dem alternativsten Cover, das wir hatten bei DSA, würde ich behaupten. Das ist, das ist folgtig, gell? Das sieht nämlich komplett anders aus als die anderen Cover und, ähm, das ist deswegen so, weil sowohl, äh, Judith als auch ich damals ziemlich auf die Evercom-Virovane standen und der hatte immer so Cover mit einer Waffe irgendwo und Smudge und dann hab ich gesagt, ah ja, egal, ich mach die Art Direktion, ich krieg das durch und der damalige Verlagsleiter war so, was ist das denn? Das können wir, das passt nicht in unseren üblichen Rahmen. Hab ich gesagt, nee, die Idee war, dass wir das ohne Rahmen machen. Was? Und das Beschreibe war groß. Aber das geht nicht, der Bad kann nicht anders aussehen als andere. Wenn, da hab ich gemeint, das ist doch kein Problem, das ist viel dicker, lässt sich geil vermarkten und sieht cool aus. Und, äh, ja, es hat, es hat geklappt. Aber viele Leute haben dann auch, was? Das sieht anders aus, das passt nicht in meine Reihe, ähm, 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 von Abenteuern im Regal, ähm, Drama. Äh, warum ist es hier? Man ist sehr viel unterwegs in diesem Abenteuer und zwar geht es um die Wiederentdeckung oder das Wiederfinden in einer Insel namens Swafnirland, die am Arsch der Welt irgendwo im Meer liegt. Das hat einen politischen Hintergrund, dass das gemacht werden muss. Es gibt eine dunkle Bedrohung in diesem Abenteuer, die echt, echt dunkel und düster und bis heute noch ziemlich, ziemlich geil ist und man ist mit einer kleinen oder größeren Flotte, das ist einem tatsächlich relativ offen gestellt und das hängt davon ab, wie gut man auch rekrutiert. Dafür gibt es Regeln, ja? Sehr gut. Das begeistert den Moritz nämlich sicher und ich habe gesagt, ich komme darauf nochmal zurück, als du Ressourcen gesagt hast vorhin und zwar dieses Abenteuer benutzt tatsächlich ein Ressourcensystem, ähm, um verschiedene Dinge nachzuhalten, ähm, vom Flair her stellt euch vor Battlestar Galactica, das war tatsächlich eine der großen Inspirationen hinter dieser, hinter diesem Abenteuer, das heißt, man ist unterwegs mit einer Flotte von Schiffen hier halt nicht. Raumschiffen und, ähm, flieht vor etwas, das ist auch, ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, aber man flieht vor etwas, dem Nebel und in diesem Nebel ist etwas und, ähm, man will auch noch ein Ziel erreichen, es gibt sehr viele politische Zwänge, was sich für Thorvaler jetzt erstmal komisch anhört, aber das ist tatsächlich so und, ähm, es gibt sehr viel Interaktion, aber man ist halt unterwegs. Man entdeckt jetzt wenige Locations, würde ich mal sagen, in diesem Abenteuer, die sind aber alle, ähm, sehr nice, man hat oft mehrere Optionen, was man da machen kann und man hat halt, wie gesagt, für die Reise dieses Ressourcensystem, ich hab's mir extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir natürlich sowas auch nicht merken kann, und zwar die Ressourcen sind friedlose, also friedlos, das sind, äh, Leute, also, die, äh, ja, friedlos sind, also quasi gesellschaftlich ausgestoßene Menschen, ähm, dann, äh, also, wie viele Leute hab ich da, ist das quasi, dann Flotte, wie viele Schiffe hab ich da, Rohstoff, oder Rohstoffe, was hab ich da, Nahrung, ganz wichtig, also, Essen und Trinken, und dann gibt es noch die Ressource und das, äh, hat kein Abenteuer so gemacht bisher, also, damals, Hoffnung war eine Ressource, also, du konntest auch, du konntest auch durch verschiedene Handlungen und verschiedene Ereignisse, und das konnte alles sein, von Wetter über eine Zufallsbegegnung mit einem, eine Seeschlacht oder ähnliches, ähm, dir konnte die Hoffnung ausgehen auf der Reise und dann war sie auch vorbei, also, und auch Scheitern war eine Option bei relativ vielen Sachen, das heißt, ähm, ja, ähm, geschrieben von Judith und Christian Vogt damals, ich finde, ich bin leicht befangen, weil ich hab das Abenteuer damals redaktionell betreut, sehr intensiv, aber ich finde, bis heute ist es, ähm, es ist nicht einfach zu leiten, es hätte davon profitiert, noch mehr Informationen teilweise drinnen zu haben, zu bestimmten Sachen, aber, äh, ich finde bis heute eins, ja, der innovativsten Abenteuer, bei dem man auf dem Schiff irgendwo in der Gegend rumfährt. Ja, stimmt, das steht auch da drüben, aber ich, äh, weiß ich nicht, so weit bin ich nicht gekommen bei der Suche im Regal. Genau. Aber ja, das stimmt, das ist ein Reiseabenteuer auf jeden Fall. Ja, also, ähm, und das, ich finde, das Abenteuer macht viel richtig, ähm, weil du, du hast halt, du hast ein klares Ziel, wo du eigentlich hin willst, du hast Dinge, die von außen drauf einwirken, und du spielst wirklich mit, mit Ressourcen und mit dem, mit dem, was du hast, und es gibt, äh, ja, Dinge zu entdecken, es gibt Dinge zu befahren, aber ja, die meiste Zeit hängst du halt auf dem Schiff im Nebel. Es ist jetzt kein Sightseeing-Reiseabend. Aber es fahr ja auch nicht schlimm. ja, und dann gucken wir, gucken wir, gucken wir. Ja, dann haben wir, wo hattest du, der Weiße See, hattest du gesagt. Genau, ich hab den ersten Band. Theaterritter, ich hatte den, ich hatte einen anderen Band. Ja, dann sag du was zu nehmen. Ich bin nämlich, hier, der ist so ein bisschen so eine Verlegenheitslösung, muss ich sagen. Ich hab vielleicht 15 DSA 5 Abenteuer, die ich mir aus unterschiedlichen Gründen gekauft hab, die meisten davon, nee, die meisten nicht, aber vielleicht fast die Hälfte sind die Solo-Abenteuer. Und in denen, die ich mir durchgesehen hab, heute und gestern, als ich in der Zeit, als ich wach war, ähm, hab ich nicht viel mit Reisen gefunden. Oder wirklich nur auch so zwei Zeilen erzählte Reisen. Hier in diesem, der Weiße See, Theaterritter 1 Band, ist zumindest ein kurzer Reiseabschnitt ab Seite 52, welcher heißt Durch die Mark. Und die Gruppe verfolgt zwei Goblins in die rote Sichel. Sie soll sie aber bitte nicht vorher einholen, da sonst die gesamte restliche Geschichte nicht mehr so schön erzählt werden kann, wie sie erzählt werden soll. Da sag ich mir, schade, da hätte man wirklich ein Rennen mit Regeln draus machen können und halt gucken, wann die Gruppe die Goblins stellt oder ob sie sie nicht stellt, weil die Goblins sich besser angestellt haben oder die Gruppe irgendwas verbaselt. Ähm, es gibt relativ unmotiviert plötzlich Regeln für Schneefall und Kälteauswirkungen und so, aber sonst keine Regeln für die Bewegung oder irgendwas. Also, es gibt auch nur eine grobe Ingame-Karte, so die fast so aussieht wie Karten, die ich als vorbereitete Karten fürs Layout für die Zeichnerinnen mache. Das ist ganz, ganz merkwürdig und ich glaube, das sind nur zwei oder drei Seiten, auch das würde ich nicht leiten können oder ich würde das so leiten, wie ich es mir freischnauze vorstelle und dann hätte ich diese ganzen Seiten eigentlich fast nicht gebraucht. Das hat mich sehr verwirrt und falls du oder irgendwer noch gute DSA 5 wirklich Reiseabenteuer hat, würde mich das sehr interessieren. Würde ich mir auch glatt mal eins kaufen, um zu gucken, was da historisch passiert ist. Also, es gibt tatsächlich nicht so viele, die Reise zur Hauptsache machen tatsächlich und auch bei dem, was ich rausgesucht habe, ist auch aus der Theaterritter Kampagne der Schwarze Forst, da ist Reisen nicht die Hauptsache, aber die Reise macht schon einen großen Teil des Abenteuers aus, denn einer der Jobs ist es, den die Heldinnen haben, Stahl zu transportieren. Das ist so eine Mischung aus, das ist so religiöse Queste und praktische Aufgabe gleichzeitig und das heißt, du hast wieder dieses, ja, wir haben eigentlich irgendwie ein Gut, das es zu transportieren gilt, das es auch zu bewachen gilt, ja, und das, der Großteil von der Schwarze Forst ist tatsächlich diese Reiseepisode, an der dann auch Dinge passieren. Auch da gibt es nicht so wahnsinnig viel Variant in der Route und ich meine, mich erinnern zu können, also es gibt ja jetzt eine Überarbeitung von der Theaterritter Kampagne, dass das auch einer der Teile ist, an den der Daniel Hessler nochmal ran wollte, um da was zu überarbeiten, also der hat die Kampagne mit dem, mit dem Niklas Vorreiter zusammengeschrieben und, dass er da gesagt hat, oh ja, da wollte er eventuell nochmal einige Dinge ändern und ich glaube, er fand auch nicht, dass das eines der stärksten Abenteuer der Reihe war, aber, ich fand das damals, fand das damals eigentlich eine gut geschriebene Reiseepisode, wie gesagt, da ist nicht so wahnsinnig viel Variant dabei und er hat jetzt auch überhaupt keine Elemente von irgendwas, was du dir wünschen würdest, so, Exploration, wie weit komme ich da und so weiter, aber, ja, also das ist eines, das auf jeden Fall, wo ich schon sagen würde, Reise nimmt einen guten Teil an, deswegen habe ich auch gesagt, da war der Weiße See, ja, die sind unterwegs, also die sind in dieser ganzen Kampagne unterwegs, es geht auch in einem späteren Abenteuer noch, Achtung, Spoiler, Theaterritter, geht es dann tatsächlich noch in irgendwelche alten Theaterritter-Festen, die in Gebirgen liegen, ich werde jetzt nicht genauer erwähnen, wo, um nicht hart zu spoilern, aber, das, das, du bist immer wieder unterwegs, aber ich glaube, das Einzige, wo wirklich eine richtig, 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 richtig große Reiseepisode so drin ist, war der Schwarze Forst und, ansonsten gibt es natürlich eine noch eine Kampagne, wo man dauernd unterwegs ist, aber auch da würde ich eigentlich sagen, es ist nicht so wirklich Reiseabenteuer. Warte gucken. Unterdessen kann ich noch sagen, dass im Chat sich noch eine zweite Person neben mir gefunden hat, die die Schicksalsklinge als Reiseabenteuer mag. Ja. Respekt. Ja, ja, ja. Ich bin nicht alleine, du auch nicht. Ich fand das Reisen schwierig, also gerade die Sache mit Scheiße, meine Schuhe sind kaputt, ich habe keine Ersatzschuhe und jetzt werde ich sterben, bis ich in der nächsten Stadt bin, das fand ich. Das ist mir eine Stufe zu hart, glaube ich. Das, wo ich sie hin habe, wo ich sie hin habe, die Abenteuerkampagne, die Kampagne, in der sehr viel gereist wird, sehr viel gereist wird. Das ist aber spannend jetzt. Hier unten rechts ein, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Sternenträger. Ich kann das gerade tatsächlich noch nicht erkennen. Nein, wann, wann, wie ist das? Die sind erschienen, tatsächlich ab 2019 und wurden hauptsächlich von Dominik Ladeck und Raphael Knoop geschrieben mit nach hinten immer weiteren Beiträge von Nikolai Hoch, glaube ich. Und ich glaube, der Julian Hertel hat auch irgendwas dazu geschrieben. Aber auf jeden Fall hauptsächlich Dominik und Raphael. Und das ist eine Kampagne, bei der man ikonische Stationen der Phileason-Kampagne nachfährt. Mit einem elfischen fliegenden Luftschiff. Spoiler. Und da ist man sehr, sehr viel unterwegs. Wirklich an all die Locations, an die dich auch irgendwie die Phileason-Kampagne gebracht hat. Also nicht alle, aber die meisten. Und einige mehr. Und das ist auch Sightseeing auf Schienen. Also weil auch da ist ganz klar vorgegeben, wo du hin sollst. Und wir haben Reviews zu dieser Reihe. Und ja, sie ist sicher schön für Leute, die hochelfische Dinge mögen und gerne sich Sachen angucken. Aber sie ist nicht so gut für Leute, die gerne tatsächlich Protagonisten ihrer eigenen Geschichte sein wollen. Weil da bietet diese Kampagne leider relativ wenig Gelegenheit zu. Also ein guter Teil der Kampagne spielt auch nicht in der Gegenwart, sondern man wird in Traumsequenzen reingezogen, die mit Figuren aus der hochelfischen Geschichte zu tun haben. Und da erlebt man, das sind Scheiß. Ja, also ich habe, es gibt zum Beispiel eine riesige Schlacht, Hochelfen gegen namenlose Horden und da ist man mittendrin und es sind so Szenenlichte, also man spielt nicht diese Schlacht irgendwie strategisch nach, sondern es sind so Szenenlichte und das ist saugeil. Ja, aber man kann halt nichts ändern. Es ist ja schon passiert vor mehreren tausend Jahren. Und ja, das war so der Hauptkritikpunkt an dieser Kampagne und warum Reiseabenteuer? Man ist da wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Man hat dieses Schiff, dieses Schiff geht kaputt, man muss das Schiff reparieren, man hat auch so ein bisschen Ressourcenspiel mit drin, aber sehr seicht jetzt so im Verglichen mit Friedlos zum Beispiel. Das ist ganz nice, aber ja, man sieht viel, aber auch da ist halt, ich kann nicht mit dem Schiff, mit dem Flugschiff hinfahren, wo ich mag. Ich bin da bestimmten Zwängen unterworfen und ja, das ist halt so Hardcore Schienenspiel. Diese komplette Kampagne, diese Reise. Deswegen würde ich eigentlich fast sagen, man reist, aber es ist eigentlich kein Reiseabenteuer, auch wenn es hinten drauf steht. Aber du meinst, den ersten Teil könnte ich mir mal ansehen, oder? Achso, nein. Also ich glaube, du weinst, wenn du dir das anguckst, tatsächlich. Okay. guck dir vielleicht mal eine Review an und überleg dir dann, ob du das machen willst, weil ich glaube, du wirst damit nicht glücklich. Ich habe in der letzten Zeit ja viel DSA 4.1-Gram verkauft, deswegen kam ich nicht mehr drauf. Es gab ein Sammelband mit mehreren Abenteuern, okay, das haben Sammelbände so in sich. Ich weiß doch, dass Mairi da so ein Seepferdchen-Abenteuer hatte und da war ein, ich glaube, hieß das Jäger und Bestie, kann das sein, der Sammelband? Ja. Da waren nämlich zwei verdammt gute hexige Explorationsabenteuer drin. Jäger und Beute, danke, danke, ja. Genau, also das, wenn ich den gefunden hätte, hätte ich da zwei, mindestens zwei wirklich schöne Beispiele und auch Mairis Hippocampien-Stadt war auch interessant, also und interessanter und spannender und auch von Struktur und Regeln her anders und mir näher als vieles, was wir heute besprochen haben und was wir sonst in den letzten fast 40 Jahren gesehen haben. Ja, ich wollte auch Das ist Myranor, stimmt. Myranor, ja, ja. Dann habe ich es noch irgendwo. Das hast du bestimmt, ja. Da sind doch die da oben. Ja, ja, sieht man, schön, 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 gelb, gelb, Sandfarben, Sandfarben. So, jetzt habe ich schön mit dem Bild Dingsi rumgebetet. Ja, alles kaputt. Auch noch der legendäre Uli Lindner Mensch. Ach, der Uli, ja. Nein, da waren, genau, Korallengarten war gut. Ich meine, dass Steppenherrscher, von wem auch immer es ist, sei da ziemlich cool gewesen. Also, Jäger und Beute, ich wedle noch mal kurz das Bild, das kann man sich geben. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch auf meiner Liste hatte, weil ich ja gesagt hatte, okay, wir reden über Gruppen, Abenteuer, ich habe halt noch mal geguckt, Solo-Abenteuer. Wir hatten ja schon mal sehr ausführlich über Solo-Abenteuer geredet. Deswegen habe ich die komplett rausgelassen. Genau, aber jetzt nicht unter dem Reiseaspekt. Und ich habe für mich noch mal so geguckt und habe festgestellt, bei Solo-Abenteuern funktionieren Reisen oft besser. Nicht überall wird man so glücklich wie der Moritz mit Exploration, ja, aber zum Beispiel, ich habe dieses wunderschöne Solo gespielt, das Geheimnis der Zyklopen, da kann man ja auch eigentlich relativ beliebig von A nach B fahren, wenn einem nicht dauert, das Schiff unterm Arsch, weggeschossen, weggegessen, etc. pp wird es mir mehrfach passiert. Ich habe auch, glaube ich, sechs oder sieben Helden verschlissen in diesem Abenteuer. Könnt ihr noch live nachsehen. Das war sehr nice. Aber da zum Beispiel kann man relativ frei reisen. Man kann Dinge erleben, man hat eine Quest, suche XYZ, aber so die Zyklopensee ist deine Spielwiese. ist eigentlich sehr nett und in anderen Solo-Abenteuern funktioniert das insofern mit dem Reisen ganz gut, auch mit dem Sightseeing-Reisen, als dass da halt viel beschrieben wird und man gar nicht so viele, also man kann natürlich Entscheidungen treffen, gehe ich jetzt da hin oder gehe ich da hin, aber die sind angesichts der Abschnitte in einem Solo-Abenteuer oft recht überschaubar, die Optionen. Aber das funktioniert oft sehr gut. Also zum Beispiel, ich habe mir angeguckt gehabt, die Karl-Heinz-Visco-Solo-Abenteuer, die ja dich auch an sehr exotische Schauplätze teilweise führen, also mehrere davon spielen halt auch auf Maraskan, wo du schon viel erfährst, viel erlebst, teilweise dich auch durch den Dschungel kämpfen musst und so, aber da werden halt viele Sachen nicht mit einem komplizierten Ressourcensystem abgehandelt oder mit einer Hexkarte, sondern das Abenteuer schickt dich halt an eine bestimmte Stelle und da hast du dann halt Dschungel, dich beißt XYZ, du musst was essen oder ähnliches und da funktioniert das halt, weil es einen Rahmen hat, eigentlich recht einfach, das Reisen. Ich habe es halt rausgelassen, weil das für mich im Endeffekt vom Lese- und Spielerlebnis her ein Roman ja dann wieder ist, wo ich halt schon Freiheiten habe, aber es kommt halt eine stringente Geschichte raus, deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht, aber ja, hätte ich auch mal schauen können, wo da besonders gereist wird. Genau. Nee, also, aber wie gesagt, das war ja, sollte heute ja auch gar nicht Thema sein und ich, wie gesagt, ich glaube sowieso mit deinen Kriterien, wie ich wünsche mir, dass ich mich da frei bewegen kann, idealerweise und irgendwie ich ein Regelgerüst für solche Sachen habe. Ich glaube, da wird man im Solo sowieso gar nicht, gar nicht so glücklich. Ja, hallo, liebe Menschen, die uns gerade von Familienerd geradet haben. Wir sind fast fertig. Wir reden oder haben geredet über das Schwarze Auge-Abenteuer zum Thema Reisen und haben uns angeguckt, was da gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und ja, wenn du Reisen hast für jetzt ein selbstgeschriebenes Abenteuer, vielleicht machen wir das noch zum Abschluss, wie machst du das dann? Gestaltest du die so fertig aus oder überlegst du dir mehrere Sachen, die passieren können? Also sprich, machst du eine Zufallstabelle, improvisierst du Begegnungen viel oder bereitest du lieber ein, zwei vor und hoffst, dass die dann auch passieren oder sorgst dafür, dass die dann auch passieren? Nein, das wäre ja alles unredlich. Okay, okay. Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, die letzten, wo ich irgendwie Reisen oder mich durch die Wildnis begeben muss, Abenteuer, die ich geschrieben habe, egal ob für Veröffentlichung oder für so für mich, wobei ich eigentlich fast gar nichts mehr so für mich schreibe, waren alles wirklich dann Hextrolls, wo ich genau die Region grob skizziere, dann die einzelnen Felder skizziere, was da passiert, also was da an festen Sachen in diesem Bereich anzutreffen sind, dann die passenden Zufallstabellen für die jeweilige Region oder den jeweiligen Hintergrund oder wie man es nennen will, die jeweilige Vegetationszone, ja und dann halt alle möglichen Regeln, die ich brauche, um mich zu bewegen, um genügend zu essen oder zu trinken zu haben, was auch immer, dann natürlich klassisch, du brauchst, also ich habe zwei Varianten, die ich da mag, einmal so einen klassischen Start-Hub, wo ich beginnen kann, irgendein Dorf oder so, wo ich dann schon Aufträge kassieren kann oder in einer Etten-Ausgabe, also ich habe mit dem Martin zusammen so ein kleines Fan-Zene, da ist eine Hextroll, ein Hextroll-Abenteuer drin, wo ich halt mittendrin irgendwo starte und dann mich praktisch irgendwie aus dieser Region irgendwo hin in sinnvolle Regionen kämpfen muss und dabei jede Menge Kram erlebe und natürlich die einzelnen Begegnungen oder die Elemente der Zufallstabellen, die sind relativ kurz, sodass ich da dann in diesem Rahmen improvisieren muss, aber nein, ich würde niemals nicht denken, diese eine Begegnung, die ist jetzt so geil in der Zufallstabelle, dass die passieren muss, da halte ich mich dann schon an das, was ich würfel, auch wenn neben allen anderen Zufallstabellen außer meinen steht, würfle oder wähle aus, ich würfle, ich möchte selber überrascht werden und gucken, was passiert, das finde ich am spannendsten für mich auch. Ja, nee, verstehe ich total. Also ich muss sagen, ich spiele eigentlich, wenn ich leite, kaum reisen, es sei denn, dass es aus irgendwelchen zwingenden Gründen vorgeschrieben, ja, oder ich benutze es als eine Möglichkeit, den Charakteren Raum zu geben zu Interaktion mit NSCs, mit sich selbst, mit irgendwas. ansonsten ist die Reise tatsächlich bei mir Nebensache. Oder wenn es wirklich sowas ist wie Müssen von Garret nach Punien, sage ich, ah ja, 125 Meilen Reichsstraße, dauert so und so lang, ja, will jemand noch irgendwas einkaufen, bevor wir gehen und dann alle einkaufen und ja, dann ist die Sitzung vorbei. Also das, ja, wenn es keinen triftigen Grund gibt, außer da gibt es ein Abenteuer zu erleben und da muss man erstmal hin, mache ich das eigentlich nicht. Wenn ich eine Reise vorbereiten müsste, weil es wirklich irgendwie zwingend erforderlich ist, dann würde ich das natürlich wahrscheinlich, ja, eher auch so mehrere Highlights mir überlegen oder aus bestehenden Tabellen, es gibt ja auch für fast jede, jedes Gelände, jede Region, irgendwelche Begegnungstabellen irgendwo, ja, mir einfach irgendwie was Nettes rausholen, ah super, das nehmen wir, das nehmen wir und dann vielleicht noch mehr ein, zwei spannende NSCs überlegen, die man treffen könnte, wenn man da denn Leute trifft, wenn es nicht so ewiges Eis ist oder so und dann würde ich die je nach Gusto und je nachdem, wie ich den, wie ich finde, was die Leute, worauf die Leute so Bock haben können, mit denen ich gerade spiele, benutze ich das und bei One Shots, wie gesagt, sage ich, oder so, weil Sachen in Stream sage ich oft, ihr seid da oder ihr wacht auf in XYZ, weil da, ja, deswegen, ich habe nicht so viel Berührung mit, vielleicht soll ich mal ein Reiseabenteuer leiten, ganz absurde Idee. Pass auf, der Chat hat mich gerade auf eine schöne Idee gemacht, dafür muss ich gerade zwei Regalbretter weiter da rübergreifen. Ja, oh je, oh je, jetzt holt er die anderen Sachen. Ne, das hatten wir auch schon uns vorgenommen, keine Sorge. schöne, 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 du meinst schöne Beispiele von anderen Sachen. Ja, genau, auf jeden Fall, das machen wir zum Abschluss noch. Es kam gerade, ist zwar für Dungeons und Dragons fünf, aber ich habe, wir haben für den Gruftstrecken Podcast eins von den zweien, die ich euch gleich zeige, mal genauer angesehen und es erfüllt oldschoolige Kriterien, die wir mochten und es ist einfach, es sieht toll aus, es ist schön. Wir haben hier einmal Neverland, was ganz wunderbar ist, wo wir uns mit Peter Pan und hier die Illustrationen sind auch auf ihre Art sehr abgefahren. Es hat sehr viele Beine. Ganz großartig, wie wir uns durch Neverland kämpfen und das Peter Pan Erlebnis haben und ein weiterer Band ist Oz. Wo? Ihr könnt vermuten, wir uns wiederfinden, auch, dass es einfach wunderschön aufbereitet, spielfertig und die Spielwerte sind Schnuppe. Die würde ich dann, wenn ihr es präzise haben wollt, grob vorher übertragen oder einfach spontan während des Leitens. Aber das sind schöne, freie Abenteuer, wo einfach erforscht werden kann. Und die gab es neulich mal ganz schrecklich billig irgendwo zu kaufen. Ich glaube, sonst sind die so bei 30, 35, 40, aber die gab es mal für ein Zwanni. Da musste man einfach zuschlagen. Also Oz und Neverland definitiv coole Dinge. Umrollen. Ich habe so kurze Arme. Also ich würde fürs Reisen und erforschen die Verbindenden Lens empfehlen, weil gefragt wurde auch, ob wir nochmal Sachen sagen können, wo wir finden, die wir es gut machen. Ich kann ja kein Ausländisch. Ich nehme dann die verbotenen Sachen. Ich habe leider nur Ausländisch. Aber hier ist zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sieht, diese Karte ist riesig. Also ich kann nicht weit genug nach hinten gehen. Und sie hat noch Egal. Auf jeden Fall eine scheiße große Karte und da sind Hexfelder drauf. Und es gibt unglaublich viele Sachen, die man zufällig bestimmen kann für diese Hexfelder. Es gibt Regeln, wie man sich da fortbewegen, wie weit man kommt, was man macht. Also eigentlich alles, was Moritz haben möchte gerne. Und es gibt tolle Begegnungen und tolle Abenteuern, die man auf dieser Karte erleben kann. Und die Spielleitung kann das mehr oder minder dahin setzen, wo sie es gerade braucht. Und es gibt Aufkleber für die Karte. Es gibt Aufkleber für die Karte, wo man aufkleben kann. Da ist meine Festung, da haben wir erforscht, da haben wir das und das gemacht, da wohnt unser Kumpel Jens, egal. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Wir haben das auch eine Weile gespielt, aber leider ist es irgendwie auf diesem Kanal zum Scheitern verurteilt, dass wir mit Lens spielen. Wir haben auf Englisch angefangen, deswegen habe ich auch die ganze Sache auf Englisch. Dann sind wir auf Deutsch gewechselt und dann irgendwann, ja, dann haben sie, glaube ich, eine Tischrunde angefangen. Da geht es jetzt auch irgendwie nicht weiter. Es ist verflucht. Es ist wirklich verflucht. Aber, ja, ein paar Tipps, die im Chat auch schon mal genannt sind, bei One Ring, The One Ring macht das mit dem Reisen wohl auch ganz nice. Ich kenne es tatsächlich gar nicht. Ja, oder Ryutama als nicht schrecklich frei, aber gut. Ryutama als Spiel des Reisen als spielmechanische Herausforderung abbildet, wo man auch sehr viele Regeln hat. Aber sind Hexfelder Karten jetzt okay oder eher veraltet? Was sagt Moritz? Da möchte ich nichts zu sagen. Also, ich finde, Hexfelder Karten sind gar nicht veraltet. Es kommt darauf an, was du mit den Hexfelder Karten machst. Finde ich. Nein, sie sind natürlich immer modern, egal was du machst. Ich überlege gerade, ja, ob wir für ein Projekt, in dem wir gerade arbeiten, ob es da auch sowas geben sollte. Du kannst mir ein kleines Eckchen schenken. Nein, aber ich, wir haben schon drüber diskutiert, ob wir das eigentlich so machen wollten, weil die eigentliche Karte der Region, wir reden von der Gründebene, die hat auch so Felder, in die du rein kannst. Das Abenteuer gibt dir halt nur keine Infos zu, außer da ist halt Sumpf. Ja, siehst du, dann müssen da drei, vier coole Locations, wo man hinkommt, dann ein paar Gründe, warum man dahin wollen sollte und dann schicke Zufallstabellen und dann passt das doch schon. Also wie gesagt, Zufallstabellen machen wir auf jeden Fall, aber ja, wie ist das dann mit der Verortung, wenn man kein Hexfeld hat? Vielleicht, vielleicht, wir schauen, wir schauen, aber ja. Da ist neben Evi auch noch ein anderer Redakteur dafür, genau. Hallo Thomas, wir haben vorhin überhaupt nicht dein Abenteuer auseinander genommen, nein, haben wir gar nicht. Du nicht. Nein, ich nicht, der Moritz, der Moritz knechte ihn, knechte ihn, nein, nur die Reise-Episode aus Staub und Sterne, fand er wohl nicht so befriedigend, nach seinem persönlichen Geschmack, Genau, nach meinen Kriterien. Genau, wie gesagt, wir gucken mal, aber ja, also, Reisen, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, ein paar der Sachen, die du mir jetzt heute gesagt hast, lassen mich ein wenig milder auf Reiseabenteuer gucken. Doch, vielleicht versuche ich es nochmal. Ich glaube immer noch nicht, dass es die große Liebe wird, aber ich glaube tatsächlich, so diese Sachen, wo du gesagt hast, die du gut findest, also zufällige Elemente und so finde ich gut. Abschließend noch, was ist das Merkwürdigste, was dir, als du unterwegs warst in einem Rollenspiel oder einer Gruppe, mit der du gespielt hast, zufällig passiert ist. Also, als du auf eine Zufallstabelle gewürfelt hast oder so, was war das das teuerste, was je passiert ist. Ich kann nur sagen, aber das habe ich, das habe ich, das habe ich schon an verschiedenen Orten bei Orkenspalter gesagt, das Schönste, was ich in einem Band untergebracht habe, ist in dem DSA-Meisterband in den Anhängen, da ist eine Zufalls-Dungeongenerierung und da hat mir Uli durchgehen lassen, dass eine Zufallsbegegnung ist ein Pirat, der eben noch am Steuerrad steht, der jetzt plötzlich mitten in einem Raum in irgendeinem Dungeon steht und das stelle ich mir sehr schön vor, wie alle Anwesenden mehr als verwirrt sind und dann schauen wir doch mal, was wir aus dieser Situation machen und was sich daraus ergibt und ja, das wird sich ja großartig. Klingt super. Hallo Pirat. Kleiner Pirat im Dungeon. Und bei dir so, mhm. Ich weiß nicht, eben war doch kischstummig rum. Lustig, dass du das, lustig. Die Bescheu, also wirklich so eine Situation, wo wir gedacht haben, was passiert hier gerade, war, wir haben eine Homebrew-Welt gespielt, Advanced Dungeons and Dragons damals und die Sachen hießen alle ganz schrecklich nach Käsesorten, kein Scheiß und es war, gab so eine riesige Tabelle, ich glaube, die würfelte man mit einem W100, was passieren könnte und da haben sich, haben alle möglichen Leute Sachen reingeschrieben und irgendwann würfelte dann unsere Spielleitung, meinte, oh, guckte auf diese Tabelle und der hat eine 100 gewürfelt, ja, guckte dann auf diese Tabelle, guckte etwas konsterniert, dachte, ich brauche einen Moment und ging raus. Und wir durften halt natürlich nicht auf diese Tabelle gucken, wir so, oh Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Der kam halt auch eine Viertelstunde nicht wieder und der war Nichtraucher und wir so, okay, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Dann kam er wieder und sagte, ich habe einen Plan und dann fiel ein Wal vom Himmel und daraus wurde ein komplettes Abenteuer und die Tabelle sagte halt auch nur, ja, da fällt ein Wal vom Himmel und wir kamen halt. Da hat wohl jemand den Anhalter gelesen. Ja, ja, und wir, also der das halt auf die Tabelle geschrieben hat, das war auch nicht die Person, die das ausgewürfelt hat, glaube ich. Und dann erst mal so, ja, was mache ich jetzt? Und wir kamen dann halt an einem Wal, ja, an den Überresten eines Wals vorbei, der vom Himmel gefallen ist, mitsamt einem Schiff und das war dann unser nächster Land. Und ein Blumentopf. Ja. Der war aber sehr klein. Ja, sehr schön. Das könnten wir übersehen haben. Aber das war so, also er hatte eigentlich ein ganz anderes Abenteuer an dem Tag vor und das war dann so, okay, das gucken wir uns jetzt an und Respekt dafür. Also, ja, aber sowas kann passieren, wenn man Zufallstabellen nutzt, die vorher keiner gelesen hat, abschließend. Ja. Die große Kunst ist dann natürlich wirklich völlig ungerührt, das einzubauen, ohne die Viertelstunde Pause und dann sich während noch was passiert, schon die Notizen zu machen, wie dieser Dungeon aussieht und so. Aber ja, im perfektesten Falle auch machst du dann, okay, wir treffen uns nächste Woche wieder. Ja. Das war kein Problem. Wir haben sowas wirklich andauert gemacht, so, lass mal Pause machen oder so. Wir waren jung damals, wir hatten meistens den ganzen Samstag oder Sonntag Zeit. Ach, das war noch Zeit. Ja. Ja, wir haben immer von Freitags nach der Schule durchgängig bis Sonntagnachmittag gespielt mit so kleinen Ruhepausen zwischendurch. Ach, das war schön. Das war schön. damals TM. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Moritz, dass du dich trotz dieses anstrengenden Wochenendes, trotz des Montages noch so gewissenhaft vorbereitet hast. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Ah, sehr gern, sehr gern. Es macht ja auch Spaß, wenn ich mal über Sachen reden kann, von denen ich eigentlich wirklich gar keine Ahnung habe. Super, ja, super, mach ich auch gern. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich der letzte DSA Talk für dieses Jahr. I know. Nächstes Jahr geht, wenn es alles klappt, aber direkt am 1.1. weiter. Wir wollen ja keine Entzugserschnittung haben und zwar ohne Moritz. Denn ich habe Jasmin eingeladen, um über spannende Dinge zu reden. Mehr erfahrt ihr demnächst. Und ja, habt eine gute Woche, habt eine gute Adventszeit und wir sehen uns sowieso morgen, glaube ich, direkt wieder. wir spielen morgen, wenn alles klappt, eine Orient Express Charakterfolge. Ja, so wird es sein. Und ja, vielen Dank. Ja, können wir Raiden? Nicht die Otter, lass die Otter in Ruhe. Was? Wieso? Was ist dein Problem mit Otter? Die Armen, nein, die Armen, die wollen auch mal ihre Ruhe haben und nicht immer von OrkenspalterInnen geradet werden rund um die Uhr. Lass die mal schlafen. Wieso? Nein, dann ab zu den Ottern, komm. Otter? Worauf habt ihr Lust? Aber Mary ist doch nicht da. Ja, das stimmt tatsächlich, Mary ist nicht da. Die Otter spielen, sollen wir, ja, ich glaube schon. Oder, ich meine, wir könnten auch irgendwo sinnvoll hinraden, aber ich habe heute, ich habe heute so wahnsinnig Lust. Die war es nicht mehr dran, die kamen hier rüber. Nein, die kamen hier rüber. Wir könnten münchens zur Haselnuss, die macht Ersatzprogramm auf einem Hüpfball, also ihr könnt auch so bei der Haselnuss reinschauen. Der EWA-Headset. Ersatzprogramm auf einem Hüpfball? Ja, ja, nein, sie hat so einen Sitzball und häppelt so ein bisschen rum, EWA-Headset ist kaputt. Also wenn ihr vorbeigeht, lasst ein bisschen Diebe da, ich glaube, sie ist ein bisschen traurig. Aber wir gehen jetzt, Otter sind bösartige Tiere, nicht Google. tatsächlich. Nein. Doch, doch, die haben eine ganz dunkle Seite, diese Schlawiner. Okay. Warum? Okay, wir gehen uns jetzt Otter angucken. Die ganz furchtbar süß sind. Ja, du halt nicht dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr eine super Woche. Wir winken Hult voll. Hult voll kann ich. Was? Ja, wie wenn nicht. Du sagst mir aber irgendwann, wenn ich aufhören kann zu reden, Ja, 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 noch weiter winken, weiter winken, weiter winken. Lächeln und winken. Ja. Bis dann. Tschüss.